Und damit, herzlich willkommen, wie immer bei mir etwas verspätet zum Jahreswechselvideo. Wir haben ja hier letztes Jahr genau an der Stelle aufgehört, obwohl es war leider vor zwei Jahren. Denn leider habe ich es letztes Jahr gesundheitlich nicht geschafft, ein Jahreswechselvideo 2022, 2023 aufzunehmen. Deswegen gibt es jetzt hier, freut euch, ein Jahreswechselvideo direkt für zwei Jahre. Deswegen kann ich auch nicht so ganz so präzise auf meinen Kanal eingehen, denn ich möchte das Ganze kurz halten. Ich habe ja auch das Werte Nasige Tier aka die Regie im Nacken, die dafür sorgen wird, dass ich erstens nicht zu lange rede und zweitens nicht politisch werde, also nicht zu politisch werde. Des Weiteren ist das hier eher ein spontanes Video. Ich habe zwar ein, ich habe Stichpunkt, ich habe kein Skript, wie immer, denn Skripte volllesen kann ich gar nicht. Außerdem habe ich so ein bisschen die Nase dicht, also ich habe das Nasentier im Rücken und meine eigene Nase, die funktioniert nicht. Okay, Ersatznase. Ersatznase sagt, ich habe eine Ersatznase. Des Weiteren gucken wir mal, um was es geht. Und zwar hatte ich geplant, das Ganze hier in acht Blöcke zu zerteilen, denn es gibt auch gerade ein bisschen Probleme mit meinem PC. Und zwar, der ist schon ein bisschen älter und die Seitenwand, die klappert so ein bisschen. Es kann sein, dass ihr so ein fieses Rauschen hört im Hintergrund. Das ist die vibrierende Seitenwand meines PCs. Ich habe versucht, es technisch rauszufinden, allerdings kann es sein, dass mir das nicht so ganz so gut gelingt. Und ihr habt gerade gesehen, Versprecher werden natürlich auch wieder am Start sein, denn das Ganze ist ein wenig spontan. So, genau. Der gute Waffenlord 0815 aka, das Nasentier selber, hat ja angekündigt, dass es dann im nächsten Jahresvideo die erste große Sache sein wird. Und ja, das stimmt. Wir haben nämlich dann direkt im Januar 2023 TikTok entdeckt. Und das war auch ein ziemliches Abenteuer. Und zwar, ich habe da einfach mein Video hochgeladen, damals noch zur Slobodan Milosevic-Guscheldecke. Und das Nasentier hat sich gedacht, ja, sie macht jetzt einfach mit einer PC-Computerstimme, mit so ein paar Wikipedia-Bildern, einfach so Kurzvideos über Waffen und lädt die einfach mal auf TikTok hoch. Und die wurden ja unglaublich viel geklickt. Die hatten ja binnen Minuten mehrere tausend Aufrufe und hunderte richtig dämlicher Kommentare. Auch dabei, die Kommentare, die waren so herrlich. Allerdings wurden dann die Videos auch immer wieder gesperrt. Und dann konnten wir aus dem Browser heraus irgendwie nichts dagegen machen. Wir konnten diese Sperre nicht widersprechen. Dann hatten wir allerdings, dann mussten wir uns ganz schnell Bluestacks installieren für den PC, um da dann mit Bluestacks uns bei TikTok anzumelden, um dann halt zu widersprechen. Diese Widersprüche gegen unsere gesperrten Videos, die sind auch angenommen worden. Und dann wurden allerdings auch schon wieder neue Videos gesperrt. Dann haben wir da Widerspruch eingelegt. Und dann haben wir dann auch eine Nacht drüber geschlafen. Und dann am nächsten Tag hat das Nasentier dann weitergemacht an meinem Zweit-PC. Und dann wurden die Videos wieder gesperrt. Das war ein so übles Hin und Her. Und irgendwann war das dann so, es hätte, glaube ich, nur noch ein Strike gefehlt oder so. Und wir wären komplett gesperrt worden. Dann hatten wir allerdings erst eine Sperre für ein paar Wochen. Dann sind Videos, die gesperrt wurden, sind dann nochmal gesperrt. Das war so ein Durcheinander. Und das ist bei TikTok auch irgendwie vollkommen willkürlich gewesen. Und zwar irgendwie Kalaschnikow-Unterscheiden Teil 1 ist gesperrt. Bis heute noch, kann man sich nicht angucken. Kalaschnikow-Unterscheiden Teil 2 ist aber noch da. Und Mauser-Gewehre-Unterscheiden Teil 1 ist gesperrt. Mauser-Gewehre-Unterscheiden Teil 2 ist allerdings da. Das ist richtig komisch. Und dann haben wir noch ein Video nachgeschoben. Und zwar Unterschied zwischen M4-1 und M4-A4. M4-A4 ist ja ein Panzer. Und das hatten wir noch gemacht. Dann konnten wir allerdings nichts mehr hochladen. Dann musste man ein paar Wochen warten. Ich glaube eine Woche genau. Und dann war das Nasentier aber wieder von mir weg. Also das hat mich dann nicht dauerhaft belagert. Entschuldigt bitte, dass ich hier so ein bisschen mit dem Zettel klappe. Und dann habe ich nach diesen Wochen dann allerdings nochmal dieses Video hochgeladen. Und dann haben wir erst gesagt, ja machen wir jetzt mit dem Waffenlord-Kanal noch irgendwas. Und das ist ja doof, wenn die ständig gesperrt werden. Und dann wollten wir den Kanal ja auch nicht verlieren. Der hatte zu dem Zeitpunkt glaube ich schon so 6.000 Follower oder Abonnenten. Keine Ahnung wie es auf TikTok heißt. Ich kenne mich mit TikTok selber eigentlich gar nicht so gut aus. Und dann haben wir uns erst gedacht, wir machen da gar nichts mehr. Und dann hat das Nasentier aber gesagt, okay wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir machen das erstmal mit Büchern. Aber auch Waffenbücher-Videos werden bei TikTok auch gesperrt. Komischerweise wegen irgendwie Zugang zum Handel. Oder TikTok hat so komische Kategorien. Und dann haben wir gesagt, okay Bücher können wir auch nicht machen. Wir machen ab jetzt einfach Videospiele. Und mit Videospielen geht das. Gar kein Problem. Wir hatten glaube ich nie wieder eine Sperre. Wir hatten glaube ich kurz mal eine Sperre. Allerdings nur für 5 Minuten bei einem Tarkov-Video. Ne, bei einem Stalker-Video. Bei dem Stalker-Video zur AK und AK 53. Das wurde kurz gesperrt. Allerdings ohne Widerspruch ist das dann nach 5 Minuten wieder online gekommen. Das heißt TikTok ist bei Waffen ein bisschen komisch. Aber Videospiele, wo die Waffe nur schräg ins Bild reinragt, das geht wohl. Wenn man die Waffe komplett von der Seite zeigt, dann erkennt TikTok das irgendwie. So, nächster Punkt. Genau, und zwar im Winter hatte ich dann auch Geburtstag. Und zwar habe ich von meiner Familie ein Spiel geschenkt bekommen. Und zwar heißt das, ich muss es ablesen, Kampf gegen das Spießertum. Das ist quasi Karten gegen die Menschlichkeit. Allerdings nicht so ganz so hart. So ein bisschen seichter. Und ich habe einige Karten davon gelesen. Und die wirkten eigentlich auch fast so, als würden sie aus grober Unfug stammen. Ich weiß nicht, wer die ganz, ganz alten Livestreams von mir, Seaman und Tobi noch kennt. Wo wir Karten gegen die Menschlichkeit gespielt haben. Da war es teilweise so, dass wir uns irgendwann eigene Karten ausgedacht haben. Diese eigenen Karten haben wir zu einem eigenen Set zusammengestellt. Das war grober Unfug und gröber Unfug und gröbster Unfug. Ich glaube, das waren drei Teile, die wir gemacht haben. Haben die Karten selber geschrieben. Genau, Nasentier sagt es gerade. Wir haben grober Unfug eigentlich gar nicht für Seaman geschrieben. Sondern wir haben dieses grober Unfug eigentlich geschrieben für den Streamer Lunatic66. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Das ist der mit dem Meme Eierhälse. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt. Wir haben das irgendwann 2015 geschrieben. Und dann haben wir das 2017, 2018 mit Seaman gespielt. Und viele Karten aus Kampf gegen das Spießertum sind fast genauso im Wortlaut wie grober Unfug. Wir wollten dann danach noch gucken, grober Unfug auch noch mal nachgucken. Also eigenen Karten, ob das stimmt. Allerdings die Seite, wo wir die Karten gemacht haben, die gibt es nicht mehr. Das heißt, wir können da leider nicht mehr nachgucken. So, was haben wir als nächstes? Genau, als nächstes haben wir dann im Winter. Wir gucken ja immer Animes. Beziehungsweise ich werde immer vom Nasentier gezogen, mir Animes anzugucken. Und da gab es den Anime von diesem einen Mädchen, welches eine Matrosenuniform trägt. Und der Rest der Klasse trägt irgendwie Blazer. Ich weiß es nicht genau, ich gucke die immer beim Essen. Und der Anime, der sah wirklich richtig cool aus. Also die Hintergründe, ich mag ja so gezeichnete Hintergründe, das sah richtig geil aus. Also die Hintergründe von dem Anime, richtig cool. Allerdings die Charaktere sahen ein wenig merkwürdig aus. Die hatten die Augen so weit auseinander. Die sahen alle so ein bisschen aus wie Siddas Faultier. An die anderen Animes dieses Jahr kann ich mich gar nicht so gut erinnern. Außer die kommen dann gleich nochmal dran. So, des Weiteren. Genau, das Nasentier hatte mir ja die Gunsmith Cats Comics. Okay, was für ein schwieriger Name. Die Gunsmith Cats Comics geschenkt. Die habe ich dann auch gelesen. Die waren ja auch deutsch. Und das war ein richtig cooler Retro-Trip. Und zwar habe ich ja schon früher Sachen über Waffen im Internet gelesen. Und zwar meistens auch richtig schlecht übersetzt. Und diese Gunsmith Comics, die sind leider auf Deutsch relativ schwierig übersetzt. Ich weiß nicht, was sie da gemeint haben. Da geht es irgendwie um einen Typen. Der kauft sich einen Revolver und benutzt in dem Revolver allerdings kein Mantelgeschoss. Und deswegen setzen nur fünf Schuss von den Mantelgeschossen den Revolverspalt so dicht mit Blei, dass er im entscheidenden Moment dann nicht mehr schießen kann auf die Hauptprotagonistin. Ich habe es nicht verstanden, worum es da ging. Ich meine, ich muss mal kurz einen Schluck nehmen. Ich habe hier meine geile Miso-Suppe. Also Miso-Suppe ist richtig geil fürs Sprechen, habe ich letztens gemerkt. Leider unsere letzte Packung. Und das hat mich dann wirklich zurückgeworfen, so von den Gefühlen her und von dem Retro-Feeling, in so richtig schlecht auf Deutsch übersetzte Waffentexte, die überhaupt keinen Sinn macht, wo du überhaupt nichts verstehst, aber du fühlst dich richtig klug allein, wenn du es liest. Also die ganzen Miss Cats Comics, die waren schon richtig nice. So, des Weiteren, genau. Als nächstes, ich hatte ja in der letzten Folge erwähnt, ich interessiere mich ja selber sehr für Russland und das Militär und so weiter. Und ich wollte mir auf relativ günstig dann so ein paar Sachen zusammenstellen, so ein kleines russisches Gear, jetzt nichts wirklich teures, sondern so alten Kram. Und das erste, was ich haben wollte, waren wieder AK-74-Magazintaschen. Also die typischen AK-74-Magazintaschen mit diesen vier Fächern. Diese eher hellbeigen, die wollte ich haben, habe gesucht und gesucht und gesucht. Ich habe die nirgendwo im Internet gefunden. Da habe ich gesagt, okay, wenn ich die jetzt nicht finde, außer auf irgendwelchen richtig komisch windigen Webseiten, dann hole ich mir AK-47-Magazintaschen nur mit drei Taschen. Auch völlig in Ordnung, passt. Dazu wollte ich noch haben den Gürtel und das Trage gestellt, wo das dran ist. Ich also geguckt und habe gesehen, okay, ZIB Militaria hat AK-74-Magazintaschen, allerdings bulgarische oder so. Und die haben diesen Gürtel, den ich haben wollte. Dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich erstmal das, habe das bestellt. Und anstatt dieser Gürtel mit dieser senffarben lackierten Schnalle, kommt einfach ein richtig komischer Gürtel an, der nicht lackiert ist. Richtig verrostet, auch kein Leder. Das sieht ja aus wie Leder. Das ist ja eigentlich, ich glaube, das ist irgendein Gewebe. Dann glasiert irgendwie mit PVC. Also da kommt dann so ein Gürtel an, nicht lackierte Schnalle. Richtig verrostet und anstatt PVC dann einfach grobe Baumwolle. Da habe ich natürlich geschrieben, was soll das? Der Gürtel weicht hier ein bisschen hart stark ab von dem, was beschrieben wurde. So, Huster kommen aber raus, wer das Nasentier, oder? Ich habe nämlich, also das Nasentier hat angekündigt, diese Videos hier für mich zu schneiden. So, weiter geht's. Ich habe dann eine Mail zurückgekriegt mit einer Entschuldigung, dass das ein ganz, ganz anderer Gürtel sei. Das, was ich da bekommen hätte, das wäre der Fallschirmspringer-Gürtel, der WDW-Gürtel gewesen. Ich soll den zurückschicken, also ich soll alles zurückschicken. Und dann soll ich mir das nochmal neu aussuchen, weil es die Gürtel bei denen dann auch nicht mehr gab, so wie ich die haben wollte. Habe erst gesagt, ja, okay, mache ich, kein Problem, schicke ich alles zurück. Und dann habe ich geguckt, also den Gürtel hatten die nicht mehr, dafür hatte ich mir dann nochmal die Magazintaschen nochmal neu in den Warenkorb reingetan. Und dann noch so ein bisschen anderen Kram, den ich haben wollte. Noch eine Dekopatronen und so weiter, den Gürtel habe ich nicht mehr gekriegt und das Gestell hatten die sowieso nicht. Habe das dann wiedergekriegt, mache den Karton auf und rate mal, was im Karton drin war. Da waren plötzlich AK-74-Magazintaschen drin, die ich ursprünglich haben wollte. Das wusste ZIB Militare ja aber gar nicht, denn ich hatte nochmal neu AK-74-Magazintaschen gekauft, aber die haben scheinbar, kannten die den Unterschied nicht und haben mir einfach AK-74-Magazintaschen gestellt. Das heißt, AK-74, AK-74-Magazintaschen haben die bei sich dann nicht unterschieden, sondern haben mir dann einfach zufällig genau die Taschen geliefert, die ich haben wollte. Das fand ich richtig cool, da habe ich mich richtig gefreut drüber. Außerdem hatte ich dann über diese Bestellung noch geredet, halt mit dem Nasentier und der Nasenbruder hat das mitbekommen, hat gesagt, ja, er kennt ein paar Leute in der Ukraine, da kriege ich den coolen Gürtel. Es gibt diesen Gürtel mit PVC zweimal, einmal mit orangefarbener, also mit senffarbener Schnalle, einmal mit dunkelgrüner Schnalle und dann noch das passende Tragegestell dazu, also diesen Y-Riemen. Der kennt Typen in der Ukraine, die schicken das kein Problem. So, habe das Ganze dann in der Ukraine bestellt. Der Nasenbruder meinte nur, dauert halt ein bisschen, weil halt Ukraine. Und dann war ich ja weiterhin in der russischen Kultur so und habe mir auch überlegt, so, jetzt lerne ich mal richtig Russisch, Alphabet kenne ich schon und so ein paar Worte kenne ich schon. Ich kann zum Beispiel sowas sagen wie Hallo und so weiter. Ich habe das früher mal gelernt. Wollte Russisch lernen und was passiert ein paar Tage drauf? Ja, der Ukraine-Krieg geht los. Und da habe ich auch gedacht, ach du Kacke, was ist denn hier los? Es ist wieder Krieg in Europa und dann ausgerechnet quasi eine Nation, wo ich gerade so ein bisschen rumsimpe, obwohl ich war nie der große Putin-Fan oder so, greift jetzt ein anderes Land an. Ich so, ach du Kacke, habe dann das russische Lernen eingestellt und habe dann auch noch eine Mail bekommen von dem ukrainischen Versender, der gesagt hat, ah, sorry, hier ist gerade Krieg. Wir gucken, dass wir das noch geschickt kriegen. Ich so, kein Problem, auch wenn es nicht ankommt. Ich bin jetzt niemand, der sagt, wenn jetzt ein Land im Krieg ist, dass ich dann unbedingt mein Paket haben will und dann mache ich eine schlechte, und dann haue ich eine schlechte Bewertung raus, wenn es nicht ankommt oder so. Habe ich gesagt, kein Problem. Gibt gerade Wichtigeres als meine Bestellung in dem Land. Und dann ging der Ukraine-Krieg los. Ja, Nase sagt, ich soll nicht so politisch werden. War auf jeden Fall ein riesiger Schock für mich auch. Und dann konnte ich auch eine ganze Weile auch keine Spiele mehr spielen. Zweifel, Tarkov habe ich überhaupt nicht mehr angefasst nach dem Ukraine-Krieg und ich habe auch keine Ego-Shooter mehr gespielt. Ich habe größtenteils, was haben wir gespielt? Ich glaube, SimCity. Genau, hier steht es drauf. Wir haben erstmal nur SimCity gespielt, also SimCity 3000. So ein Spiel aus meiner Kindheit, habe das nie richtig hingekriegt. Habe mich dann wirklich darum gekümmert, endlich mal SimCity richtig zu lernen. Also wie macht man das? Wie baut man so eine Stadt auf und so weiter? Und leider ist es relativ langweilig. Und zwar das Nasentheater relativ schnell raus, wenn man spezielle Blöcke baut. Also immer so und so viel mal so und so viel Block. In der Mitte dann Polizeistationen, Feuerwehr, Krankenhaus, Schule. Dann hat man relativ schnell relativ viel Geld und man muss einfach alles voll mit Zügen und alles voll mit Straßen zuballern. Dann geht das. Das Nasentheater hat übrigens auch, ich glaube, das ist die M16x16 Stadt. Das könnt ihr euch auch runterladen, wenn ihr da Bock drauf habt. Okay, Nasens hier sagt gerade, ich muss das nicht erwähnen, aber ich erwähne das mal. Das ist quasi eine fertige Stadt, wo alles schon voll ist mit Gebieten und den wichtigsten Gebäuden. Wichtigsten Gebäuden. Wir wollen ja im richtigen Plural bleiben hier. Und das könnt ihr dann einfach spielen, einfach starten. Und dann wächst dann so nach und nach, wächst dann eine Stadt. Das ist richtig cool, dabei zuzugucken. Und ich hatte dann auch die Add-ons bei GOG geholt, so dass man dann auch quasi den deutschen Skin für die Stadt hat und da auch quasi den japanischen Skin für die Stadt, also so eine Reap-Stadt. Das war schon richtig witzig. So. Und dann habe ich auch angefangen, irgendwie dann auf Twitter so ein bisschen aufzuräumen. Ich habe so ein bisschen angefangen, jetzt auf Twitter mehr zu gucken und habe dann auch relativ viele Kanäle auch aussortiert und habe die größtenteils ersetzt einfach durch Kanäle, die relativ viele Tierbabys posten. Und besonders niedlich fand ich Opossums. Und zwar habe das wahrscheinlich auch mitgekriegt. Ich habe relativ viele davon halt auch auf dem Discord gepostet. Es gibt relativ viele Kanäle, die posten den ganzen Tag niedliche Opossums. Das kommt halt daher, dass Opossums, im Gegensatz zum Beispiel zu Schnabeltieren, die relativ selten sind, wo es nicht so viele Bilder und Videos noch gibt, sind Opossums in Amerika ja relativ häufig anzutreffen und dadurch halt auch, wie nennt sich das, gibt es da sehr viele Bilder von. Ich finde die einfach richtig niedlich, die Dinger. Und ich habe dann auch angefangen, mir dann irgendwelche Stinktierkanäle zu abonnieren, und wie heißen die? Kapybaras genau? Diese Wasserratten, diese Kapybaras. Okay, das Nasentier wird immer sauer, wenn man Kapybaras Wasserratten nennt und noch viel saurer wird das Nasentier, wenn man das B-Rattenwort zu Opossums sagt. Das Nasentier mag auch Opossums. Und ja, dann habe ich relativ viele Opossums halt geguckt, die ganze Zeit. Und dann leider durch den Ukraine-Krieg hieß es dann, dass Coop offline geht. Und Coop, es ist ja diese russische Kurzvideoplattform, die ich quasi wirklich zum Musikhören benutze. Und zwar, ich benutze zum Musikhören relativ selten YouTube selber. Dann öfter mal Winamp. Ja, ich weiß, ich bin relativ retro drauf, was das angeht. Dann, Fuba 2000 habe ich eigentlich nicht mehr, denn ich habe irgendwie so den Spleen, wenn ich Musik höre, für mich selber einfach, da muss ich irgendwas bei bewegen. Ich brauche irgendwas, was sich dazu bewegt quasi. Also irgendein Musikvideo. Ich bin richtig der Musikvideo-Fan. Und alle meine Lieblingsvideos, die haben dann auch irgendwas, was sich dazu bewegt. Also alle meine Lieblingsmusikstücke haben irgendwas, was sich auch dazu bewegt. Und bei Coop ist es halt relativ praktisch. Und ich höre dann wirklich halt Coop zum Training. Und zwar immer wieder ein Lied, solange bis ich keinen Bock mehr habe. Und dann scrolle ich einfach weiter. Und das war natürlich ein riesiger Schock, dass dann Coop auf einmal offline geht. Natürlich, im Vergleich zur Ukraine, die gerade angegriffen wird, ist natürlich, dass Coop offline geht, natürlich, sehr viel weniger schlimm. Ich war aber trotzdem geschockt. Aber irgendjemand hat dann relativ schnell ein Tool gebaut, dass man sich alle Coops runterladen konnte. Das habe ich dann auch installiert, habe das dann auch abgefeuert. Und das hat dann wirklich den halben Tag lang, hat dieses Skript da, einfach Coop-Videos die ganze Zeit runtergeladen. Weil wir haben mittlerweile, wir gucken da, ich glaube seit 2017 haben wir Coop. Eigentlich hat das Nasentier Coop, ich gucke eigentlich immer, ich glaube, ich habe gar kein eigenes, oder? Genau, das Nasentier sagt gerade, es selber hat zwei Coop-Accounts. Und ich bin eigentlich immer auf dem einen, wo so ein bisschen mehr ist. Und wir hatten da, glaube ich, mittlerweile hatten wir tausend Sachen da geliked. Und dann haben wir das alles runtergeladen. Das ist auch relativ großes Ding. So, was haben wir sonst noch? Genau. Wir haben uns die Warhammer 40.000 Kodizes geholt. Und zwar, als ich Warhammer angefangen habe zu spielen, also noch richtig mit Figuren und so weiter, angestiftet durch meine Hauptschulkumpels damals. Das war die fünfte Edition. Und der Kodex zur fünften Edition, der kostete irgendwie sieben Euro, irgendwie bei Ebay. Und die Kodizes da irgendwie so zwei Euro. Und da habe ich mir sofort die Kodizes geholt. Und ich glaube, ich habe jetzt Chaos Space Marines und Space Marines. Ich glaube, die zwei Kodizes hatte ich mir geholt. Und irgendwie, oh cool, es blitzt in Tarkov. Ah, und der Blitz, also der Donner kommt später, als er blitzt. Das ist ja schön gemacht. Tarkov hat auch super schöne Landschaften. Muss man an der Stelle noch mal erwähnen. Unnötigerweise, wie das Nasentier sagt. So. Dann haben wir uns die Kodizes geholt bei einem Shop und im Kodex Chaos Space Marines war auf einmal irgendwie so eine richtig große Unterschrift in Edding drin. Ich so, hä, was hat denn der Vorbesitzer denn da gemacht? Und da habe ich nachgeguckt. Okay, der Name, der da geschrieben steht, den man da lesen kann, ist der gleiche von dem Typen, der den Kodex geschrieben hat. Und das war wirklich ein Originalautogramm. Und ich frage mich, ich habe mich gefragt, ob das irgendwas wert ist. Ich habe aber bis jetzt noch nicht nachgeguckt. Wir wollten dann auch Warhammer spielen. Wir haben, also wir sind allerdings nicht dazu gekommen, denn wenn wir Warhammer spielen, dann spielen wir das eigentlich so. Nicht mit den Figuren, sondern wir spielen das mit ausgeschnittenen kleinen Pappscheibchen, wo immer dann draufsteht, was da draufsteht. Das sieht richtig witzig aus. Sind wir aber leider nicht so gekommen und deswegen mussten wir das leider verschieben. Das nächste, was wir dann noch haben, oh genau, jetzt kommen wir wieder zu was Trauer geben. Und zwar die Drachenschanz ist abgerissen worden. Wer mich kennt, der weiß, ich bin schon relativ lange nicht im Drachengame mit dabei. Ich habe eigentlich im Drachengame aktiv, glaube ich, nie was Größeres gemacht. Das Nasentier berichte ich mich gerade. Ich habe im Drachengame ein bisschen was gemacht. Und zwar die ersten Videos, die Boneclings geschickt wurden, da habe ich Übersetzungen für geschrieben. Ich habe die ganzen Sachen aus Deutsch auf Englisch übersetzt für Boneclicks. So die ersten zwei Sachen, dann wurde ich aber ersetzt und habe das dann auch nicht mehr mitgemacht. Aber was ich sagen wollte ist, ich bin von Anfang an quasi ein Beobachter des Drachengames. Und zwar quasi seit dem Tanzvideo, welches auf Lach schon hochgeladen wurde. Das habe ich aber nicht verstanden, das Tanzvideo. Und aktiv beobachte ich das Ganze seit dem Politikvideo vom Drachenlord. Und dann wurde die Drachenschanz abgerissen. Und ich war wirklich ehrlich ein bisschen traurig, dass das passiert ist. Denn quasi die Drachenschanze ist ja quasi so eine Art, es ist wie so ein Drehort. Das ist so wie, du hast eine Lieblingsserie und die Lieblingsserie spielt halt quasi in einem bestimmten Haus. Und das Haus gehört mit zur Serie. Das ist, okay Nasentier sagt es gerade, es ist so ein bisschen so, als würde man die Simpsons nicht mehr im Simpsonshaus haben. oder South Park hat keine so festen Orte. Oder es würde bei South Park einfach die Bushaltestelle fehlen. Und ich war wirklich ein bisschen traurig, dass die Schanze dann auch abgerissen wurde. Ich habe dann auch die Bilder gesehen vom Abriss und so weiter. War schon sehr, sehr schade. Aber das Nasentier sagt gerade, die Schanze wird für immer in CSGO weiterleben. So, danach habe ich dann das Drachengame auch nicht mehr verfolgt. Denn ohne die Schanze ist es auch nicht mehr das Gleiche. Und ich sehe, wir enden hier für den Winter 2022. Deswegen würde ich kurz Pause machen. Und dann sehen wir uns gleich woanders wieder. Denn ich muss auch die Aufnahme priefen, ob da kein böses Rauschen drin ist. Denn wie gesagt, bei meinen PCs ist irgendwie die Seitenwand nicht richtig festgeschraubt. Gleiche Welle, andere Stelle. Da sind wir wieder. Denn letztes Mal hatte ich ja gesehen, dass der Sonnenaufgang oder Untergang gar nicht auf der Seite ist, wo ich eben hingeguckt habe. Sondern dass der da ist. Ich hoffe, das passiert. Ich bin jetzt hier in der Zeit, die wir hier gerade in Tarkov haben, leider nicht richtig orientiert. Denn Tarkov hat zwar eine Raidzeit, allerdings keine Uhrzeit. Das heißt, nach dem Kompass brauchen wir in Tarkov irgendwann auch nochmal eine Uhr. Aber es geht nun weiter mit dem Frühling von 2022 und einem schönen Blitz. Und zwar genau, das war das Highlight von 2022. Das fand ich richtig cool. Und zwar gab es einen Anime zu dem Spiel Girls Frontline. Girls Frontline aka Kanonen Cutsies müsstet ihr eigentlich kennen, wenn ihr meinen Kanal kennt. Ich habe dazu ein Videos gemacht. Ich glaube, zu Dolfenstein 3D und zu Kanonen Cutsies in Doom. Zu Kanonen Cutsies, zum eigentlichen Spiel, habe ich leider noch keine Videos gemacht. Das werde ich wahrscheinlich auch nachholen dieses Jahr. So, hier. Ankündigungs-Lord am Start. Das war auch richtig cool deswegen. Und zwar, es gab den Anime und dann haben wir allerdings vor dem Anime nochmal angefangen, das Spiel zu spielen. Also das Browserspiel. Ne, es ist... Okay, ich werde berichtigen. Es ist kein Browserspiel. Es ist ein Mobile Game. Okay, ich bin ein bisschen alt. So. Und zwar war das so, der Anime kam und dann haben wir das Browserspiel gespielt und dann hat uns Seaman, Grüße gehen raus an der Stelle, freundlicherweise gesagt, welche Episoden aus dem Spiel, welchen Episoden im Anime entsprechen. Dann haben wir immer das Spiel soweit gespielt, bis wir dann den Anime abgedeckt hatten. Dann eine Folge Anime geguckt, dann weiter gespielt, Folge Anime geguckt. Das war richtig cool, diese reinen Folge. Immer erst zu gucken, was passiert im Spiel, was passiert im Anime, was passiert im Spiel, was passiert im Anime. Aber der Anime, der war dann ein bisschen ertäuscht und zwar nachdem wir im letzten Jahr ja mit Nagatoro, ich glaube der volle Titel ist Don't Bully Me Miss Nagatoro, Moment, kurz Schluck trinken, nachdem wir nach Nagatoro ja ein Anime geguckt haben, welcher richtig, richtig gut umgesetzt war, also welcher richtig krass war, von der Manga-Umsetzung, wir hatten den Manga gelesen und dann den Anime geguckt, war Girls Frontline ja richtig, richtig schlecht. Die Animationen sahen komisch aus und manchmal die Waffen, Alter, das... Am besten blende ich hier ein, am besten blende ich hier M4A1, M4A1 ein und zwar das Ding sieht ja richtig, richtig Banane aus und ich kann das auch nicht verstehen und zwar manchmal hast du Animes, wo es überhaupt nicht um Waffen geht, wo es um ganz andere Themen geht und die Waffendarstellung ist richtig, richtig gut. Bedienelemente richtig, Proportionen richtig, Funktionen richtig, alles, alles richtig und dann gibt es diesen einen Anime, Girls Frontline, wo es quasi um Waffen geht und da sehen die Waffen aus wie Grütze, also da komme ich irgendwie nicht drauf klar, ich werde glaube ich nie drauf klarkommen. Was das eigentliche Spiel Girls Frontline angeht, so ist das auch relativ cool und zwar, es ist relativ merkwürdig, es ist eine Mischung aus Pokémon, also der Pokémon Aspekt heißt, du hast ganz viele Mädchen, die du sammeln kannst, also diese ganzen Waffen, also jede Waffe ist dargestellt durch ein Mädchen und du musst alle Waffen sammeln und es gibt richtig, richtig viele davon. Das ist der Pokémon Aspekt. Dann gibt es so einen Aspekt, der ist so ein bisschen wie Disciples 2, dass man halt sich von diesen vielen Mädchen, die es gibt, nur ich glaube, sind es fünf oder sechs? Ihr seht, ich bin gar nicht, ich bin gar nicht, ich habe gar keine Ahnung von dem Spiel. Also man kann sich fünf oder sechs Mädchen aussuchen, die kommen in ein Team und in diesem Team muss man die dann speziell positionieren und zwar die SMGs, also die Maschinenpistolen sind die Tanks, die gehören nach vorne, die Gewehre sind quasi die Zauberer, die kommen nach hinten und die Sturmgewehre sind quasi die, die den Schaden machen, die kommen in die Mitte und die Pistolen sind quasi die Paladine, die geben dann so einen Bonus für alles und dann muss man die richtig zusammenstellen und am Anfang, wir hatten überhaupt nichts richtig zusammenzustellen. Wir wollten eigentlich diese Teams so machen, dass sie nach Themen geordnet sind, zum Beispiel so ein deutsches Team oder so ein russisches Team, das ging am Anfang gar nicht, wir hatten so zerpflückte Teams, ich habe die ja bei Twitter gepostet, das sah richtig durcheinander aus. Irgendwann haben wir es dann hingekriegt, ein einigermaßen deutsches Team zu bilden und ein Team zu bilden, was so ein bisschen ausgerüstet war wie die Haganah damals im israelisch-arabischen Krieg und der Rest des Spiels ist dann quasi Mühle, also dieses Brettspiel Mühle, dass man halt seine Teams irgendwo an Punkten positionieren muss, dann nimmt man diese Punkte ein, ich habe es bis heute nicht verstanden, ich verkack das jedes Mal. So, ich bin ganz vorne mit dabei, diese Teams zusammenzustellen und so weiter, zu gucken, wo die richtigen Boni sind, aber das eigentliche Spiel spielt eigentlich das Nasentier, weil nur das Nasentier diese regeln kann. Wir haben dann auch relativ früh relativ gute Waffen gezogen, ich glaube das erste, was wir gezogen haben, was so ein bisschen besonders war, war Tabuk. Und ich finde es irgendwie ein bisschen gemeint, dass quasi Tabuk, also dieses irakische Scharfschützengewehr, von einem kleinen Schweinemädchen dargestellt wird. Das fand ich ein bisschen komisch. Und wir konnten dann mit Tabuk auch nichts anfangen groß. Die erste richtig gute Waffe, die wir hatten, war die Somi KP-31, also die finnische Maschinenpistole. Die war sehr, sehr gut am Anfang, mit der haben wir dann auch größtenteils gespielt. Also das stärkste Team war relativ lange so eine Art Ost-Team, ich glaube dann mit Somi, dann noch mit Scorpion VZ-61 mit drin, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Oh, und ich sehe die, oh, die Raid-Zeit geht alle. Ich glaube, ich hätte doch einen neuen Raid starten müssen. Jetzt haben wir hier gerade den richtig geilen Sonnenuntergang und wir haben noch 10 Minuten im Raid. Ja, lel. So, Nasentier sagt gerade, ich soll mich kurz fassen. So, wir hatten drauf hier die Kanon-Qutsies. Genau, das hatten wir hier. Wir haben für Gold's Frontline dann auch kein Geld ausgeben müssen und bis heute haben wir alles. Ich glaube, es hat noch so ein halbes Jahr gedauert, bis wir dann UMP und UMP-9 hatten. Also UMP-45 und UMP-9 hatten wir irgendwann. Wir hatten dann auch irgendwann G36C und auch irgendwann hatten wir dann auch AK-47, AK-74 und so weiter. Und wir hatten auch relativ früh, hatten wir die Alpha-AK, also diese israelische AK, die ist dann mit in das Israel-Team gekommen. Irgendwann hatten wir dann auch Galil und irgendwann auch das Greasegun-Qutsie, obwohl Greasegun-Qutsie und Galil sind Waffen, die kriegt man ständig. Davon hat man die Hütte voll. Ich glaube, ich habe einmal bei Twitter gepostet. Genau, das hatte ich irgendwann bei Twitter gepostet. Irgendwann hatte ich das ganze Vorratslager nur voll mit Galils. Also Galil ist relativ cool, relativ stark, allerdings auch relativ häufig. Und in Girls Frontline, wenn man nicht relativ viel von diesen Kernen da ausgeben möchte, dann sollte man eigentlich auch eher mit Waffen spielen, die es relativ häufig gibt. Allerdings führt das zu weit. So, umblättern. Genau, dann hatte ich für Sprocket was gebastet. Und zwar für Sprockets hatte ich dann ganz viele Dekals gemacht. Also ganz viele Aufkleber sozusagen für die Panzer. Diese ganzen Regimentsaufkleber und Nummernschildern und ganz viele Münder und ganz viele Augen und so weiter. Das ist auch relativ gut angekommen. So, dann hatte ich... Genau, ich habe das ja immer so, dass ich immer mal wieder an andere Hobbys reingucke, um mich so ein bisschen geistig beschäftigt zu halten. Und zwar bin ich in Funk eingestiegen. Und zwar hatte ich mir alles durchgelesen und so weiter, wie das aussieht. Und zwar, in Deutschland darf man sich eigentlich legal fast jedes Funkgerät holen, wenn man damit dann nur hört und nicht selber funkt. Und da habe ich gesagt, ja, das klingt ja witzig. Habe mir so ein China-Kracher geholt, also so ein Baofeng-Funkgerät. Habe dann da mir auch eine dickere Antenne für geholt, diese taktische Faltantenne. Und habe dann einfach nur gehört, was so rumgefunkt wird. Und das ist teilweise richtig witzig. Besonders, wenn ich mal wieder in Wuppertal bin. In Wuppertal gibt es auf dem Kühlenhahn gibt es einen Funkturm. Und von, also ohne mich zu doxen, ich kann in einen Park gehen, wo man Sichtweite zum Funkturm hat. Da kann man sich anhören, was auf dem Funkturm los ist. Und das ist richtig witzig. Es gibt mittlerweile, dadurch, dass diese Funkgeräte, diese Baofengs so günstig sind, gibt es richtig viele Leute, die damit einfach nur rumtrollen. Und ich war da in diesem Park, bin da so rumspaziert mit meinem Funkgerät. Und dann hat jemand die Leute, die da rumgefunkt haben, mit so Tarzanschreien und irgendwelchen anderen, der hatte quasi mit so einem Soundboard, allerdings mit so einem Soundboard, mit so ganz alten Sounds, hat er die ganze Zeit diese Boomer da getrollt. Und die Boomer sind dann auch richtig gehen ausgerastet. So was wie, ja, damals, da sind wir einfach zu den Leuten hingefahren, die hier schwarz gefunkt haben, haben den aufs Maul gehauen. Das war, das war richtig witzig. So was würde ich selber halt nie machen, aber ich fand es witzig, dass jemand gemacht hat. Obwohl, muss man ja auch sehen, wenn du halt dich in Ruhe da mit deinen Freunden unterhalten würdest, sag das Nasentier gerade, stell dir vor, ich würde mich jetzt, keine Ahnung, über Discord mit Nasentier, Vivo oder Seaman unterhalten und da kommt jemand Drittes rein, der dann einfach die ganze Zeit, keine Ahnung, so ein Drachenlord Soundboard abspielt und so weiter und du kannst den nicht rauswerfen. Das würde ich, glaube ich, auch sehr, sehr ärgerlich finden. Von da, ich habe auch irgendwo Verständnis für die Funk-Boomer. Aber auch deren Boomer-Welt, über was sie sich unterhalten und so weiter. Ja, früher war alles besser, heute geht die Jugend, die sind alle kacke und so weiter. Ach, richtig komisch. So, ich habe mir dann auch für das Baofeng-Funkgerät auch eine Nagoya-Antenne geholt und das war gar nicht so einfach, an Original dran zu kommen, denn diese Nagoya oder Nagoya-Antennen, die kommen ja auch aus China, glaube ich. Nee, ich glaube, die kommen von Taiwan und dann zu unterscheiden, also wenn ein Produkt aus Fernost kommt und die ganzen Fälschungen kommen auch aus Fernost. Wie willst du das denn unterscheiden? Wenn du jetzt zum Beispiel eine originale Adidas-Jacke haben willst, dann kannst du ja in Deutschland in ein Geschäft gehen, dir eine originale Adidas-Jacke holen und davon ausgehen, die ist original. Aber was machst du, wenn du etwas aus Fernost als Original haben möchtest und die Fälschung kommt auch aus Nahost, äh, Fernost? Es war schwierig, da an Original zu kommen. Ich habe die irgendwann dann in einem deutschen Funkshop, äh, in einem deutschen Funkshop mal gesehen, habe die dann geholt und die machen wirklich einen großen Unterschied. Also ich höre wirklich sehr viel mehr mit den Nagoya-Antennen. Allerdings habe ich beim Funken Fehler gemacht und zwar, ich habe mir halt das Baufeng bestellt, dann dafür dieses USB-Kabel und dann auch diese Software. Man muss ja diese Funkgeräte erstmal einstellen, sodass sie dann auf den deutschen Frequenzen hören. Und ich habe die halt, äh, ich habe halt vergessen, diese ganzen Walkie-Talkie-Frequenzen mit einzustellen. Das habe ich dann erst nächstes Jahr gemacht und erst als ich das gemacht hatte, erst dann konnte ich die ganzen Kinder hören mit ihren Spielfunkgeräten, obwohl das ist auch ein bisschen komisch, dann die ganze Zeit diese Kinder zu hören mit ihren Spielfunkgeräten. Die, äh, schreien meistens richtig rein, die verstehst du irgendwie eh nicht. Ich keine Ahnung, wie die sich gegenseitig verstehen. Hier in der Gegend, wo ich wohne, gibt es so ein paar Kinder, die haben diese Funkgeräte. Ich verstehe die nicht, ich verstehe nicht, was die sagen. Die, ähm, ich glaube, die haben die ganze Zeit auch ihren Mund direkt am Lautsprecher und dadurch versteht man die nicht. Die verstehen sich irgendwie nur gegenseitig. Das ist total witzig. Außerdem, was ich gehört habe, äh, manche Bauarbeiter benutzen Funkgeräte, manche Trucker benutzen Funkgeräte. Die meisten Trucker, die benutzen ja was anderes. Das ist ja halt nicht dieses, ähm, Amateurfunk, quasi Walkie-Talkie-Funk. Die haben ja andere Sachen. Die haben ja dann, ich muss es hier einblenden, ich habe vergessen, wie es heißt, was die Trucker benutzen. So, dann gehen wir aus Funk runter. Genau, Bonsais und Kürbisse. Und zwar habe ich mal als Jugendlicher versucht, mehr Bonsais zu ziehen. Die sind alle verreckt. Diesmal habe ich das auch nochmal probiert. Und es hat tatsächlich geklappt. Und zwar, drei Oliven haben überlebt. Ich hatte ein bisschen mehr. Ich hatte auch Kirschbäume, die sind gar nicht erst gekommen. Genkos, die sind auch gar nicht erst gekommen. Allerdings, die Oliven sind gekommen. Da habe ich mich richtig gefreut, dass sie gekommen sind. Außerdem hatte ich das große Glück, dass meine Verwandten jetzt ein Grundstück haben, wo man Sachen anpflanzen kann. Das habe ich dann auch gemacht. Und zwar Kürbisse habe ich angepflanzt. Ich habe die hier zu Hause angezogen, habe die dann da in die Erde gedrückt. Und die sind wirklich was geworden. Das hat mich richtig gefreut. Allerdings mussten wir davor lange aufräumen. Und zwar war das auch ein Trümmergrundstück. Und ich habe da teilweise richtig, also wir haben da, richtig große Betonbrocken rausgeholt. Ich gucke, dass ich das Bild hier einblende. Also ich glaube, das ist irgendwie so eine Verschalung von so einem Rohr gewesen oder sowas. Also da ist ja richtig viel Dreck drin. So, als nächstes haben wir hier Ich mag ja dieses Grillenzirpen richtig, richtig gerne. Ich liebe das. Das ist in echt natürlich noch viel schöner. So, weiter geht es. Genau. Ich habe immer wieder so ein bisschen kochen gelernt und so weiter. Ich werde auch immer besser. Und mittlerweile schmeckt auch sogar meiner Familie das, was ich koche. Das freut mich natürlich sehr. Aber ich glaube, das war im letzten Jahr, hatte ich das auch schon erwähnt. Und jetzt habe ich mir auch mal ein Messer geholt fürs Kochen. Und zwar einfach so ein billiges aus China. Und was ich nicht richtig gesehen habe. Das ist richtig witzig. Das ist so eigentlich ein ganz gutes Messer. Aber die haben da, aus irgendeinem Grund haben die da Damastringe irgendwie aufgelasert oder so. Das ist ein ganz normales Stahlmesser. Und da sind einfach Damastringe einfach quasi drauf gemalt irgendwie. Das ist richtig witzig. Das Messer an sich ist gut. Das muss ich auch bis jetzt nicht nochmal neu schärfen. Obwohl ich schneide damit auch nur Pori und sowas. Also nicht wirklich was Schwieriges. Aber ich fand es schon witzig. Als nächstes haben wir wieder ein Anime. Und zwar das Nasensier. Zwinge ich mir mal Animes zu gucken. Und zwar Kanucho mo Kanucho. Oder wie das Seaman ausspricht. Kanucho. Ne. Kanucho sagt er immer. Kanucho mo Kanucho. Ich muss nochmal gucken, wie man es richtig ausspricht. Irgendwas muss ja dann richtig sein. Wahrscheinlich ist das andere einfach ein Dialekt. Das ist auch ganz witzig. Und zwar ist das vom Aho Girl Macher. Und zwar Aho Girl ist ja quasi mein Lieblingsanime. Neben Higurashi. When they cry. Das ist einfach so ein Anime. Das hat einfach richtig den Holzhammer Humor. Der ist halt richtig, richtig dumm. Dieser Humor. Bei Kanucho mo Kanucho ist es nicht ganz so schlimm. Das ist nicht ganz so Holzhammer. Der Humor ist aber trotzdem witzig. Also das, was ich mitkriege. Meistens den Anfang von Animes. Den esse ich ja eigentlich eher. Also wir setzen uns abends meistens noch hin. Dann esse ich noch was. Dann gucken wir das zusammen. Und das erste, also die ersten paar Minuten bin ich immer mit Essen beschäftigt. Und reine mir dann einfach zusammen, worüber es geht. Also die meisten Animes sind ja nicht so komplex, dass das stören würde. Obwohl bei Higurashi könnte man das wahrscheinlich nicht machen. So, jetzt wechseln wir zum Sommer. Und im Sommer war es relativ warm. Das heißt, ich habe gar nicht mal so viel gemacht. Genau, wir haben geguckt, wie lang kann man Tropico spielen. Normalerweise spielt man ja das Spiel Tropico 1, spielt man ja mal so. Man fängt 1950 an und dann geht es bis 2020. Dann hat man 70 Jahre regiert. Dann kriegt man quasi die Punktabrechnung und dann guckt man, wie gut man das Ganze verwaltet hat. Ich wollte wissen, wie weit kann man das danach noch weiterspielen. Und zwar das, was das Nazi ja gerne macht. Und zwar einfach auf Gold gehen. Geht nicht, weil Gold, die graben ja immer tiefer. Die graben ja immer tiefer, tiefer, tiefer. Und irgendwann hast du so ein gigantisch tiefes Loch auf deiner Insel, dass es wirklich so aussehen kann. Das haben wir wirklich einmal beobachtet. Dass jemand daher geht, der geht in das Loch rein und ist dann 36 Jahre alt und kommt dann mit 70 Jahren wieder raus am Ende des Loches, weil die Leute dann halt auch altern. Also, du hast quasi dann auf deiner Insel ein schwarzes Loch und wenn wichtige Arbeitskräfte in das schwarze Loch reingehen, dann verschwinden die einfach für ein paar Jahre, weil die Bergarbeiter das so tief gebaut haben, das Loch. Das heißt, Gold ging nicht. Dann habe ich gedacht, ja, okay, Tabak könnte funktionieren, weil das ist ja nachhaltig. Ist es leider nicht. Und zwar Tabak laugt auch in Tropico langsam den Boden aus und irgendwann wächst Tabak nicht mehr da, wo er irgendwann gewachsen ist, dann wächst einfach gar nichts mehr. Das ist wie, wenn Ziegen was leer fressen. Also, Tabak ging auch nicht. Dann habe ich gedacht, Tourismus. Tourismus ging auch nicht, weil Tourismus, also irgendwann, man hat ja so Umweltbedingungen. Und irgendwann werden die Umweltbedingungen immer schlechter, immer schlechter, die Leute immer unglücklicher und die Touristen geben ein immer, immer weniger Geld. Das heißt, das geht auch nicht. Auch wenn man von Anfang an direkt Umweltschutz macht, dann geht es auch nicht. Man muss wirklich, wenn man eine Insel lange spielt, man darf auf keinen Fall Fabriken bauen, man darf auf keinen Fall Kraftwerke bauen, man darf auf keinen Fall einen Flughafen bauen, dann geht es mit Tourismus so la la, aber irgendwann, irgendwann backt halt einer der Hafen, einer der Häfen weg, im richtigen Plural bleiben hier. Auch wenn man mehrere Häfen baut, irgendwann backt einer weg und dann kommen keine Touristen mehr und Flughafen kann man wegen Umweltbedingungen nicht bauen. Das heißt, das kann man auch nicht unendlich spielen. Was einigermaßen geht, wenn man sehr viel Glück hat, ist erstens Bananen, dann bewegt man sich aber auf einem sehr niedrigen Level. Man kann nicht wirklich viel bauen, weil man fast immer komplett pleite ist und irgendwann, wenn die Leute irgendwann anfangen zu putschen, man braucht ja relativ viel Geld dann fürs Militär, das geht auch nicht. Das heißt, das Einzige, was geht, ist Kaffee. Und mit Kaffee verdient man auch gut genug Geld, weil man kann ja sowieso keine Kraftwerke bauen, man kann ja sowieso nichts Höheres bauen. Man gibt den Kaffee einfach roh ab und auch bei Kaffee irgendwann sieht es aus, dass irgendwann der Hafen weglitscht und dann ist sowieso Ende. Das heißt, man kann Tropico 1 leider nicht unendlich lang spielen. Was wir irgendwann geschafft haben, war bis 2070 oder so mit Kaffee, so la la, auch wieder immer so dabei pleite zu gehen, schon zwei Häfen kaputt und Häfen abreißen und neu bauen funktioniert auch nur la la, denn irgendwann auch die backen dann weg. Also die Häfen werden immer schneller buggy, deswegen kann man Tropico leider nicht unendlich spielen und wir haben das wirklich sehr, sehr lange versucht. Das sieht man auch, man kriegt ja mittlerweile jedes Jahr diesen Steam-Rückblick, wie oft man was gespielt hat und Tropico ist wirklich im Sommer so ein richtig dicker Balken, wozu man sagen muss, teilweise haben wir das Spiel doch einfach im Hintergrund laufen lassen und dabei irgendwelche Sachen gehört. So, nach Tropico gab es dann, ich wollte einen neuen Monitor haben und zwar, ich habe ja immer so ein bisschen Probleme mit der Epilepsie-Veranlagung und ich werde ja auch älter und ich kann wirklich einige Spiele wirklich nicht mehr lange am Stück spielen, besonders 3D-Spiele nicht und die Nase hatte dann die Idee, lass mal gucken, ob wir einen Monitor finden mit G-Sync drin. Die Nase selber hat einen sehr, sehr teuren Monitor, weil die Nase ja auch Sachen studiert, wo es dann auf sehr exakte Farben ankommt und so weiter und deswegen hat die Nase wirklich einen 600-Euro-Monitor, was ich relativ utopisch finde, würde ich selber nie ausgeben. Da haben wir geguckt, geguckt, geguckt. Ich glaube, ich hatte erst einen für LG, der war mir dann aber zu groß, denn neben meiner Epilepsie-Veranlagung, ich weiß, ich habe alles mögliche komische Zeug an Gebrechen, habe ich auch noch ein eingeschränktes Sichtfeld und wirklich ein 26-Zoll-Monitor ist mir wirklich schon zu groß und 25-Zoll ist hart an der Grenze und einen kleinen Monitor zu finden mit G-Sync. Das war gar nicht so einfach. Am Ende ist es dann ein Dell geworden. Der steht hier vor mir, da gucke ich jetzt gerade auch rein. Ich weiß allerdings nicht auswendig, was es für ein Dell ist und ein Dell-Monitor zu holen, war als Gamer auch so ein komisches Gefühl, denn Dell ist ja eigentlich auch eher so eine Büromarke, aber er funktioniert richtig gut. Das einzige Problem, was er hat, er hat nicht so sonderlich gute Schwarzwerte. Das sehe ich auch gerade hier selber und zwar hier links der Häuserblock und der Hubschrauber, die sehen für mich aus wie grau. Für euch sehen die wahrscheinlich aus, wenn ihr Glück habt, wie schwarz. Allerdings diese kleinen Ecken hier, also wenn ihr zwischen den Bäumen herguckt, diese kleinen schwarzen Punkte, die sehen für mich aus wie schwarz. Ich habe irgendwie das Gefühl, obwohl das ist natürlich technisch vollkommener Blödsinn, als hätte der Monitor irgendwie einen Schwarzreservoir und könnte einige klein stellen, könnte der Problem nur schwarz machen, dann geht sein Schwarz alle und dann macht er nur noch grau. Das klingt natürlich technisch, das ist natürlich technisch vollkommener Humbug. Ah, das nächste, was ist, das war auch witzig, das war The Rise of Skybro. Genau, der gute Skybro. Wer das nicht mitbekommen hat, das war ein YouTuber, der hat so ein paar Videos über freie Waffen gemacht, allerdings richtig, richtig schlecht. Ja, ich weiß, Skybro ist noch relativ jung und hat auch so ein paar Probleme und es ist gemein, sich darüber lustig zu machen. Allerdings fand ich das für mich wieder einen richtig tollen Retro-Tipp und zwar, wer mich kennt, der weiß, ich bin ja auf eine Hauptschule gegangen. Auf der Hauptschule sind ja auch einige Leute, die jetzt nicht so die hellsten Kerzen auf der Torte sind und die haben sich damals auch viel über Waffen unterhalten. Also viel Kontakt mit Waffen hatte ich auch auf der Hauptschule, dann so mit, wo der erste Typ dann wirklich knalligenuch ist, einen Schreckschuss mit in die Schule zu nehmen und all solche Geschichten. Habe ich mich nie groß dran beteiligt. Ich habe meine Sachen, die ich hatte, immer schön zu Hause gelassen. So, und sein Gequatsche hat mich, also Skybros, Erzählungen über Waffen haben mich so richtig an meine Hauptschulzeit erinnert und an den Unsinn, den man da überwaffen wird und so weiter. Ja, Nase sagt gerade sowas wie, C4 sind Mikrochips und mit einem dieser Mikrochips könnte man ganz New York wegsprengen oder solche Geschichten. Also das ist jetzt eine persönliche Geschichte von mir. Wer sich für mehr von dem Unsinn wirklich interessiert, sowas wie, er meint es gerannt ist in 9mm und sowas, der kann gerne auf meine alte Clan-Page gucken, da ist das alles noch, wie nennt sich das, archiviert. Skybro war so ähnlich, Skybro war auch richtig witzig, hab mich ja kaputt gelacht und so weiter. Und ich muss gestehen, ich konnte es auch nicht lassen in den ersten Livestream, den man nach den Videos veranstaltet hat, da bin ich dann auch rein und hab dann auch ein paar Fragen gestellt. Und er hat, glaube ich, unter anderem mir die Frage beantwortet, wie man denn eine echte Waffe kriegt. Das hat er irgendwie so erzählt, wie, er hätte eine App und über die App könnte man sich auch echte Waffen bestellen. Man müsste vorher ein Buch bestellen, dann senden die einem ein Buch zu, dann schreibt man in das Buch was rein, dann schickt man das Buch zurück und dann darf man da auch echte Waffen auf der App bestellen. Irgendwie sowas war das. Allerdings, irgendwann sind dann die ganzen vorbestraften Shrek-Schuss-Youtuber gekommen und haben dann Skybro zugelabert. Da war ich dann auch raus. Da hatte ich dann auch keine Lust mehr. Ja, wer mich kennt, der weiß, ich bin, was solche Sachen angeht, wie Troll-Aktion und so weiter, auch so ein bisschen restriktiert, weil mein Arbeitgeber möchte halt nicht, dass ich spezielle Sachen im Internet mache und selbst in den Livestream zu gehen und Skybro die Sachen zu fragen, das war quasi schon ein Verstoß. Das habe ich dann auch eingesehen und so weiter. Bin ich dann auch zu meinem Arbeitgeber gegangen und habe gesagt, ja hier, das habe ich gemacht, tut mir leid. Da haben die auch gesagt, ja, interessiert uns eigentlich nicht, was da passiert bei so einem YouTuber mit so 100 Abonnenten oder sowas hatte der zu der Zeit. Also von da hat noch mal gut gegangen. Als dann die ganzen vorbestraften Schreckschuss-Youtuber auf den Plan getreten sind und dann Skybro zugelabert haben, dann bin ich da ganz schnell da raus, auch aus der Gegend. Dann habe ich Skybro auch nicht weiter verfolgt. Übrigens, genau, na, sagt es gerade, und zwar eine schöne Parabel ist das auch, und zwar, wenn sich jemand, der nur so Mittelahnung von Waffen hat, Skybro anguckt, ist das in etwa so für ihn, als für mich, wenn ich mir ganz normale Waffen-Youtuber auf YouTube angucke. Deswegen mache ich das und ich weiß einfach, je nachdem, welche Leute du da hast, ist das richtig, richtig schlimm für mich. Also, ich bin da so ein bisschen allergisch auf Dummheit und die meisten deutschen Waffen-Videos sind tatsächlich sehr, sehr kritisch. So, dann geht es über, genau, kurze Aufnahme, Stopp. So, hier bin ich wieder und weiter geht es mit dem Herbst 22 und genau, es ist was relativ Cooles passiert und zwar, ich bin ja ein Riesenfan vom Videospiel Throne of Darkness, das ist ja dieses, das ist ja quasi Diablo 1,5 im feudalen Japan. Das Spiel habe ich damals, als es rausgekommen ist, 2001, ich glaube, Throne of Darkness 2001, das habe ich als Kind tot gesuchtet, wirklich. Eigentlich wollte ich eher Diablo haben damals, aber Diablo war ab 16 und Throne of Darkness war nur ab 12 und ich durfte dann Throne of Darkness Okay, jetzt ist schlagartig dunkel geworden in Tarkov, also Throne of Darkness durfte ich mir kaufen damals von meinen Eltern aus und habe dann Throne of Darkness tot gesucht. Das war wirklich ein Spiel, das habe ich in allen möglichen Varianten habe ich das durchgespielt. Es gibt auch quasi eine Tradition, dass ich wirklich jeden Winter hergehe und jeden Winter wirklich Throne of Darkness einmal durchspiele, weil es ist auch relativ schnell, es ist nicht besonders lang und so weiter. Und jetzt haben russische Hacker Tools rausgebracht, die es mir erlaubt haben, dann Throne of Darkness anzugucken, also wirklich die ganzen Dateien wirklich im Klarformat wirklich lesen zu können und verändern zu können. Ich habe natürlich sofort Mods dafür gebaut. Ich habe sofort einen Mod gebaut, welcher dafür sorgt, dass der Daimyo-Einsteller heilt, weil sonst muss man im Spiel immer so lange warten. Dann habe ich einen Mod dafür gemacht, dass man so viele Punkte in Zauber investieren kann, wie man möchte. Dann habe ich noch im Spiel rumgewühlt, habe dann noch ganz viele alte Gegenstände gefunden. Also ganz viele nicht bearbeitete, seltene Gegenstände, habe mir die angeguckt, habe die wieder zurück ins Spiel gebracht und so weiter. Das war richtig cool. Ich wollte auch eine Mod machen, welche dann nicht benutzte magische Komponenten auch wieder nutzbar macht, also dass man die wieder finden kann. Das muss ich gestehen, war mir aber zu schwer, weil es wirklich sehr, sehr viel Aufwand gewesen wäre. Man muss nämlich nicht nur die alten magischen Gegenstände zurück ins Spiel bringen, man muss dann jedem Monster einzeln sagen, dass es diese Gegenstände auch fallen lassen kann und das ist sehr, sehr viel Arbeit. Das wäre sehr, sehr viel Arbeit gewesen. Da ist es mir sehr gut zu Pass gekommen, dass ein anderer User, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, Nasentier? Okay, Nasentier, er heißt, glaube ich, einfach Alkimowitsch oder so. Alkimowitsch war, glaube ich, ein russischer oder ukrainischer Modder, ich weiß es gerade gar nicht genau, er kann auch Pole gewesen sein, ich kenne seine Nationalität nicht, der hat sich das ganze Spiel angeguckt, der konnte noch ein bisschen mehr als ich und hat das ganze Spiel nochmal durchgewühlt und hat ein Rebalancing dazu gemacht und währenddessen habe ich halt diese ganzen alten Komponenten aus den Spieldateien rausgesucht und ihm gesagt und er hat die dann eingebaut, von da ab gibt es dann doch diese alten Komponenten dann doch zum Spielen so ein bisschen. Also das war richtig cool, also ihr könnt euch das wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ihr habt als Kind ein Spiel gespielt und dann 21 Jahre später nochmal das ganze Spiel dann von innen zu sehen und sich das dann anzugucken und zu gucken, ob alles auch stimmt, was man damals so vermutet hat über das Spiel. Meme, vieles, was ich als Kind vermutet habe, stimmt natürlich nicht, ist ja natürlich klar. So, dann wird das auch schon zu lang. Genau, dann kam im Herbst dann die Kürbisernte und zwar die Kürbisse, die ich dann ausgesät hatte, also ich eingepflanzt hatte, die sind wirklich was geworden. Die haben wir dann auch wirklich als Kürbissuppe gegessen und ich war richtig, richtig glücklich. Könnt ihr euch wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich war, endlich mal was angepflanzt zu haben, was man dann auch wirklich ernten konnte. Und ich war richtig froh darüber. Es hat mich richtig gefreut. Das war auch richtig lecker, die Kürbissuppe. Sehr cool. So, dann kam im Herbst dann der Nasentiergeburtstag und genau am Nasentiergeburtstag wurde der Drachenlord auf YouTube gesperrt. Ich habe den Drachenlord dann auch nicht mehr groß verfolgt irgendwie, aber dann die Sperre direkt am Nasentiersgeburtstag, das war halt schon witzig. Und zwar, ich glaube, das ist auch so, dass der Drachenlord seinen Kanal am Nasentiergeburtstag gegründet hat und dann am Nasentiergeburtstag ist er gesperrt worden. Okay, die Nase hat damals gesagt, sagt sie auch gerade jetzt live, das ist dann die ausgleichende Gerechtigkeit. Das war witzig. Dann haben wir zum Nasentiergeburtstag dann eine VHS-Kassette geguckt und zwar Feli Day von Arke Fpirinchi. Das ist ein deutscher Comicfilm, der allerdings sehr, sehr erwachsen ist. Da geht es um Katzen, die Kriminalfälle lösen und die Katzen schlachten sich auf brutalste Weise gegenseitig ab. Den Film habe ich schon mal als Kind gesehen und zwar hat den damals irgendjemand versehentlich in der Videothek, damals konnte man sich noch VHS-Kassette in der Videothek ausleihen, in die Kinderabteilung getan. Wir haben gedacht, das ist ein Kinderfilm, haben sie sich angeguckt und dann sieht man irgendwie, dass irgendwelchen Katzen irgendwie der Bauch aufgeschnitten wird und die Gedärme rausquellen und irgendwelche Zombie-Katzen da in Wellen rumlaufen. Oh, das ist richtig. Der ist richtig krass, der Film. Jetzt als Erwachsener, die noch mal geguckt zu haben, fand ich den gar nicht mehr so krass. Ich fand die ADX relativ hochinteressant, auch von der Zellstruktur her. So, dann gehen wir schon in den Winter 2022, 2023 und zwar ist das die Zeit, als ich dann auch von mir aus dann Shorts für TikTok kombiniert habe, also konzipiert habe. So, Wortfindungsstörung am Start. Gruß an den Vogel, der da rumfliegt. Und zwar, was ich gemacht habe, ich habe nämlich gemerkt, dass halt die Makarov hier in Escape from Tarkov nicht richtig dargestellt ist. Und zwar ist da ja der Bügel falsch und dann habe ich ein Video dazu gemacht und viele haben gesagt, ne, stimmt nicht, nein, Tarkov hat das richtig, der Bügel ist nicht so. Hier ist ein Bild von Damakarov, Meme, das war eine Airsoft-Pistole, wo der Bügel dann auch glatt ist und so weiter und nicht eingedellt ist. Und was passiert? Einige Monate später geht halt Bellstate Games, also die Programmierer von Tarkov, gehen her und korrigieren das Ganze. Das fand ich so witzig. Ich mache ein Video, es ist falsch und dann wenige Monate drauf, obwohl es ist von hier, glaube ich, ein halbes Jahr, oder? Ist dann wirklich das korrigiert worden. Genau, dann kommt dann Tarkov raus. Und zwar, Tarkov kam dann raus mit 0-13-0 und zwar mit zwei neuen Waffen, auf die ich mich sehr gefreut habe. Und zwar einmal mit der G36-Serie und einmal mit der Steyr-Aug. Und dann habe ich mich richtig gefreut. Und zwar G36C ist eine meiner absoluten Lieblingswaffen, damals als Jugendlicher gewesen. Und zwar G36C habe ich damals sehr, sehr gerne gespielt in Battlefield 2, später in Call of Duty 4, Modern Warfare 1 und ich hatte eine G36C auch als Federdrucksoftware. Und das Federdrucksoftware fand ich die richtig geil. Und zwar war das diese richtig, genau, die Nase sagt es gerade, das war diese richtig komische. Und zwar ist das diese Version, das ist eine bestimmte Version von der G36C für Airsoft, und zwar Federdruck. Und zwar der Schaft lässt sich nicht abklappen, sondern man kann den Schaft komplett abnehmen. Man kann vorn den Handschutz abnehmen, so dass das Ganze darunter nochmal aussieht, wie eine MP5 verunfallt. Und das Ganze hat dann Kimme und Korn so, dass es keinen Kornschutztunnel gibt, wie beim Original, sondern so einen Kornschutz-Halbmond. Das sieht total komisch aus, das Ding, das gibt es auch richtig oft, das ist damals auch richtig oft verkauft worden. Und dann hatte ich in Tarkov dann quasi wieder die Jugend meiner Kindheit. Ja, die Jugend meiner Kindheit. Also die Waffe meiner Kindheit. Allerdings war sie richtig schlecht. G36C hatte so viel Rückschlag, damit habe ich nichts getroffen. Ich fand die dann richtig kacke. Dann habe ich allerdings auch Aug geschwürt. Und zwar hatte ich das Glück, dass in einem Abwurf-Container war dann ein Aug drin, und zwar schon mit dem Zielvisier oben mit der Ratschine drauf. Dann habe ich da einfach einen Rotpunkt oben auf die Ratschine drauf gemacht und habe diese Aug so lange gespielt, die kam die ganze Zeit auch von der Versicherung her ständig zurück, wie so ein Bumerang. Ständig kam diese Aug zurück. Ich habe diese Aug wirklich, ich glaube, das erste Drittel vom Spiel, das erste Drittel vom Spiel habe ich nur mit dieser Aug gespielt. Die Aug war nicht richtig cool. Dabei habe ich dann auch diese Jahresendvideos geguckt, und zwar einmal das von CCP, also Creepypasta Punch, habe ich geguckt, und dann das Jahresendvideo von SmileyXC666. Das sind so meine Jahreshighlights, weil ich mache diese Videos hier quasi nur, weil ich halt die Videos von Creepypasta Punch und SmileyXC666 so richtig geil finde. Ich liebe diese Endvideos, und die Nase sagt es gerade, wir wünschen uns eigentlich auch, dass Seaman auch lange Endvideos macht, also dass Seaman jahrelanges Endvideos macht. Ihr merkt, es wird Ends schwierig zu sprechen. Das habe ich dabei dann geguckt, und da habe ich dabei Tag aufgespielt. Ich habe auch relativ früh schon auf Leuchtturm den einen Boss besiegt. Ich glaube, Neid, der mit dieser Skelettmaske mit den Kabelhaaren. Den habe ich einfach besiegt, und zwar bin ich irgendwie unter Feuer geraten, hinter einem, auf so einem Berg, bin ich unter Feuer geraten, dann bin ich schnell hinter so einem Haus, so einem Hügel runter. Ich weiß nicht genau, wie sich das nennt, wo ich da war. Ich hatte nur die doppelläufige Schrotflinte, und dann kommt aus der einen Ecke kommt auf einmal so einfach Neid raus. Ich gebe dem einfach beide Läufe kaputt, drehe mich um, lad währenddessen nach, auf der anderen Seite seinen Kumpel, gebe dem beide Läufe auch hinüber, drehe mich wieder zur anderen Seite, wo Neid schon liegt, und gebe seinem nächsten Kumpel zwei Läufe, und habe dann einfach diese ganze Bande da einfach mit der doppelläufigen Schrotflinte irgendwie mit Slugs besiegt. Das war richtig witzig. Und ich glaube, ich meine, da habe ich dann auch relativ früh schon die Ska bekommen. Ich glaube, so eine verbastelte Ska mit hellem Oberteil, dunklem Unterteil. Ska L fand ich jetzt nicht so richtig cool, die ist nur ein bisschen besser als M4-1 und ist trotzdem teurer, also das, was auch in der Realität der Fall ist. Ich glaube, das war auch noch relativ witzig, das ist aber allerdings später, als wir dann wirklich zum Leuchtturm gekommen sind, und zwar, es gibt ja so eine Reihenfolge, wo man genau dahin gucken muss, genau dahin springen muss, sich dann heilen und so weiter, dass man halt durch diese ganzen Minen kommt zum Leuchtturm, und ich und das Nasentier das gemacht, also Nasentier erst mal, Nasentier ist allerdings gestorben, weil sie vergessen hat, sich zu heilen, ich bin dann ganz durch, alleine, dann hoch zum Leuchtturm, zu den ersten Gebäuden, gucke mich da oben und denke mir, da kriegt einer durchs Gras, was ist das? Und er so, schieß drauf, schieß drauf, ich so, ja klar, schieße ich drauf, da kriege ich, da krocht wirklich so eine Figur durchs Gras, ich habe drauf geschossen und dann sehe ich auf einmal, oh, das war ja der Sniperboss von denen und der hatte dann auch die neue AWM 338 dabei und keine Ahnung, was mit dem los war, der ist da einfach durchs Gras gerobbt, einfach, der stand da nicht hart gesniped oder so, sondern einfach so durchs Gras gekrochen, ich habe den erledigt und dann hatte ich relativ schnell eine relativ gute Waffe, das fand ich sehr cool. So, ihr habt gehört, ich habe umgeblättert, weiter geht es da mit Hausfriedensbruch HD, steht hier auf dem Zettel, eigentlich steht da einfach Tobi Co. Adventures drauf, aber die Nase ist nochmal hier über die Stichworte drüber gegangen und hat das dann ausgetauscht durch Hausfriedensbruch HD und zwar Tobi Co. Adventures, also der gute Tobi, hat angefangen selber Videos zu machen, werde ich wahrscheinlich auch hier irgendwo verlinken, wenn ich das nicht vergesse und zwar diese Lost Place Videos, die finde ich auch selber richtig cool, er hat auch Waffenvideos gemacht, die ich relativ gut finde, also im Vergleich zu dem, was man sonst so zu Waffenvideos auf YouTube sieht, ist das schon relativ cool, was Tobi da macht, ich werde auch darauf reagieren noch, das hatte ich ihm versprochen, ich bin allerdings nicht dazu gekommen und das Nasentier sagt, ich soll meinen Fuß hier vom Tisch runternehmen, damit ich das Mikrofon nicht vibrieren lasse. So, des Weiteren haben wir dann, ich glaube, das ist verrutscht, hier steht Geburtstag, ganz Miss Cats VHS, aber welcher Geburtstag ist das? Ist das... Okay, jetzt war ich kurz desorientiert, weil hier die Zettel durcheinander geraten sind, das ist aber richtig und zwar sind wir jetzt im Winter und bei Silvester 2022, 2023, hier ist aber Silvester nicht erwähnt, das fehlt hier irgendwo, ah egal, die Silvester sind sowieso relativ ähnlich, lassen wir einfach Silvester mal ausfallen, da war sowieso nichts Besonderes, wir haben nichts gebaut zum Wegsprengen, denn dafür sind wir ein bisschen zu alt und wir waren auch ein bisschen falschen Ort dafür. So, dann geht es weiter mit meinem Geburtstag und zwar an meinem Geburtstag, also zu meinem Geburtstag habe ich ja die zwei VS-Kassetten zu meinem Geburtstag habe ich ja die zwei VS-Kassetten geschenkt bekommen vom Nasentier und zwar ganz Miss Cats jetzt als VS-Kassetten und nicht als Comic und dann haben wir die reingeschmissen zu meinem Geburtstag, haben dann quasi damit reingefeiert und da kam dann erstmal eine halbe Stunde Werbung auf so einer VS-Kassette, erstmal eine halbe Stunde Werbung für eine halbe Stunde Folge, also das fand ich schon ein bisschen übertrieben. Es war allerdings auch richtig witzig, was da für Werbung kam und so weiter. Unter anderem scheint es ein Streetfighter-Anime zu geben. Den wollten wir uns dann auch angucken, haben das aber irgendwie vergessen, das heißt, das müssen wir uns dann nochmal merken, Streetfighter-Anime gucken, denn wir sind relativ gespannt, wie dann das mit den Namen funktioniert, denn in Streetfighter sind ja die Namen Vega, Balrog und Bison sind ja verdreht und das wäre ja zu witzig, wenn dann im Anime einfach Vega gesagt wird, allerdings würde man dann, glaube ich, Balrog lesen im Untertitel. Und dann, nachdem wir dann die erste ganz-Biss-Kassette-Folge gesehen haben, kam dann dahinter nochmal eine halbe Stunde Werbung, das heißt, irgendwie halbe Stunde Werbung, halbe Stunde Folge oder auch nur so 25 Minuten Folge, ich weiß es nicht mehr genau, und dann nochmal eine halbe Stunde Werbung, das war auch richtig komisch. Das war auch richtig cool, in der VS-Qualität die ganzen alten Animes da zu sehen. Es war sogar, ich glaube, wie heißt der Anime mit Asuka, die Kampfroboter mit Asuka. NeoGenesis Evangelion, genau, da war Werbung für da mit dabei, das fand ich auch sehr cool. Dann habe ich zum Geburtstag gekriegt, so einen Space-Projektor, das ist so ein Projektor, der projiziert so einen Sternenhümmel an die Decke, der war auch richtig cool. Den fand ich auch richtig niedlich, wir haben so diese, nicht weiße, sondern diese grünen Sterne da hergehen und dann mit diesem Universum da drin, ich blende am besten ein Bild ein, das Ding fand ich auch richtig cool, ich hatte da zu dem Zeitpunkt so ein bisschen so eine Down-Phase, deswegen kam auch kein Neujahrs-Video, weil es mir nicht so wirklich gut ging mental und dieses Ding mit so einem kleinen Sternchen hat mich dann immer aufgeheitert und natürlich die vielen Opossums, die das Nasentier mir geschickt hat. So, weiter geht es. Genau, was ich auch relativ cool fand, was ich dann, ich weiß es nicht mehr, ob ich es meiner Schwester zum Geburtstag geschenkt habe oder ob sie mir das zum Geburtstag geschenkt hat und zwar Pokémon Snap New, das war auch richtig cool, das ist so ein geiles Spiel, leider habe ich selber keine Nintendo Switch, aber meine Schwester hat eine und seitdem wir das Spiel haben, spielen wir das immer, immer, wenn wir uns sehen oder treffen, ich bei ihr bin oder so, dann spielen wir immer Pokémon Snap und fotografieren da die Cutesies, das ist richtig cool, das hat auch einen richtig genialen Umfang, da bin ich auch erst letzte Woche, dieses Jahr mit fertig geworden, das heißt, das Spiel hat so viel Content drin, du kannst jede Strecke irgendwie in drei verschiedenen Leveln spielen und dann stehen ja die Pokémon an verschiedenen Orten, du kannst, manche Strecken kannst du nachts spielen und tagsüber spielen und es gibt so viele Pokémon und auch sehr viele alte Pokémon drin, ich bin ja jemand, ich kenne eigentlich quasi nur die erste und zweite Generation Pokémon aus meiner Kindheit, den Rest kenne ich leider nicht mehr, da war ich jugendlich, da hatte ich dann bessere Sachen zu tun als Pokémon zu spielen, allerdings Pokémon Snap New lohnt sich wirklich, auch wenn man Pokémon eventuell nicht mag und ich habe nur noch zehn Minuten, wieder richtig viel gequatscht hier, so, des Weiteren geht es mit, genau, dann haben wir Zoo-Tycoon gespielt und Zoo-Tycoon war auch richtig witzig und zwar zu Zoo-Tycoon, das ist auch so ein Spiel aus meiner Kindheit, ich mag ja Tiere und ich mag auch Zoo-Tiere und so weiter und Zoo-Tycoon habe ich auch als Kind gespielt, habe da allerdings immer schieten müssen, weil ich nicht weiß, wenn das richtig spielt und die Nase meinte so, ja kein Problem, ich habe das ja auch bei Sin City 3000 geschafft, das rauszukriegen, wenn das richtig spielt, ich gucke das mal nach. Woche später präsentiert mir das Nasetier eine Zoo, der aussah wie ein Fiebertraum und zwar bestand dieser Zoo einfach nur aus Fressbuden und in etwa 50 Gehegen, diese 50 Gehege waren alle nur einmal zwei Meter breit, wo jeweils eine einzige Garzelle drin war und der Zoo hat Geld verdient, das sah so, das sah, das sah so schrecklich aus, diese armen Garzellen, die Garzellen in den Zellen, das war so furchtbar, denn im Spiel wird das so berechnet, dass eine Garzelle braucht eigentlich nicht so viel Platz, das hat das Spiel so gemacht, damit man große Gehege mit vielen Garzellen bauen kann, das sorgt allerdings spieltechnisch auch dafür, dass man ein kleines Gehege mit einer Garzelle bauen kann, ohne dass die Garzelle unglücklich wird und der zweite Platz ist einfach nur dazu da, nicht, dass die Garzelle wenigstens zwei Quadratmeter hat, sondern nur dazu, dass da Futter hinkommen kann, das heißt, die Garzelle hat nur einmal einen Meter Platz und nochmal einmal einen Meter, wo das Futter ist, das ist, das war so ein Meme, dieses Ding, so, des Weiteren habe ich dann was Cooles bekommen und zwar, ich sammle ja auch immer so ein bisschen Jacken und so weiter und ich bin ja ein Fan von Bomberjacken, ich habe mir damals als Jugendlicher, als das in war, auch die Alpha-Jacke geholt, quasi die CWU45PN und dann habe ich bei Ebay Nächte CWU45PN gesehen und zwar von der österreichischen Luftwaffe in Original, in Grün und die habe ich mir sofort geholt, ich glaube, die hat auch nur die Hälfte von der originalen Alpha-Jacke gekostet, ich glaube, eine originale Alpha-Jacke hat damals 120 Mark, ne, kleiner Spaß, 120 Euro gekostet und ich glaube, ich habe nur für 60 dann diese Alpha-Jacke dann aus Österreich bekommen, richtig cool, ist auch richtig schön warm und so weiter. Dann kommt was, was jetzt nicht so cool war und zwar gab es dann eine Visual Novel, eine kleine und zwar Needy Girl Date Night, musste ich ablesen, oder, ne, das, oh Gott, jetzt habe ich das verwechselt, Needy Streamer Girl Overdose ist das, wo die eigene Freundin streamt, der man dann Drogen gibt und so weiter, das hat ja Streamer, Seaman im Stream gespielt, das ist das mit Kangel, das was ich meine, ist das Neat, ist die Neat Girl Date Night, also dieses arbeitslose Mädchen da mit den Dino Nuggets, das haben wir aufgenommen, allerdings waren die Aufnahmen dann nicht zu gebrauchen, die Aufnahmen waren so schlecht von der Qualität her, das haben wir euch dann erspart, allerdings sehr, sehr schade, denn wir haben ein paar gute Witze gerissen, vielleicht versuche ich das zu vergessen, ich habe immer so ein bisschen Gedächtnisschwierigkeiten, dann gucke ich mir das ein bisschen nochmal neu, irgendwann nochmal neu an, das war auch richtig ärgerlich und zwar, wir haben uns ja schon ein paar Visual Novels angeguckt und so weiter, die sind allerdings die, die wir angeguckt haben, die sind ja alle alt und da kennen wir die Witze nicht und dieses Neat Girl Neat Girl Date Night, genau, jetzt habe ich es, Neat Girl Date Night, das ist ja was, das hat ja aktuelle Memes drin, auch die Memes, die ich von Twitter kenne, diese ganzen Waffenmemes, die ich von Twitter kenne und so weiter, die waren da drin, die waren auch richtig witzig, also ich hatte jetzt eine Visual Novel, wo ich dann die Memes und so weiter kenne und die Aufnahme ist kaputt, das fand ich sehr, sehr ärgerlich, übrigens zu den Dino Nuggets, die habe ich mir dann auch in echt geholt und habe natürlich dann auch Sushi-Mayonnaise drüber gekippt, denn ich hatte noch ein bisschen Sushi-Mayonnaise übrig, das war ja quasi halt das Meme vom letzten Jahr, also vom vorletzten Jahr, von 2021, ich mit der Sushi-Mayonnaise, die einfach über alles drüber kommt, das lohnt sich allerdings nicht, denn diese Sushi-Mayonnaise, die ist teurer als die normale Heinz-Mayonnaise und schmeckt genauso, ich kann den Unterschied nicht schmecken und ich kenne auch keine, der den Unterschied schmeckt, ich habe wirklich eine Doppel-Blind-Verkostung mit dem Nasentier veranstaltet und das Nasentier konnte auch nicht schmecken, das Nasentier hat es auch nicht geschafft, das auszuschmecken, das herauszuschmecken, welches was ist, ich muss wieder einen Schluck trinken, so, jetzt sind wir im Frühling 2023 und da haben wir uns was angesehen, was uns Schlange ansehen wollten und zwar School Days, School Days ist ein bisschen schwierig zu beschreiben und zwar ist es auch wieder so eine Anime-Visual-Novel, das heißt, das Nasentier hat mich wieder dazu gezwungen, das anzugucken und zwar ist das jetzt nicht so mit PNGs und so weiter, so wie man es sonst gewohnt ist, sondern das ist quasi ein Anime, den man quasi nicht mitspielen kann, aber man kann Entscheidungen treffen und zwar sehr, sehr viele, wo das dann in welche Richtung geht und zwar hatten wir uns ja, ich glaube zwei Jahre davor hatten wir uns angesehen, das war Yosuga und Yosuga no Sora, glaube ich, ist der ganze Titel, sieht ja so aus, dass man da sehr wenige Entscheidungen hat und die Entscheidungen sind auch so klar, dass es klar ist, in welche Richtung es geht, das heißt, die Geschichte von Yosuga no Sora ist nicht sonderlich vielfältig, aber sehr lang, bei School Days ist der, bei School Days ist dann das genaue Gegenteil der Fall und zwar hat man extrem viele Entscheidungen, wo auch überhaupt nicht klar ist, zu was das führt und so weiter, aber die Geschichte ist relativ kurz, das heißt, das Ding ist eher breiter, wir haben dann halt die Geschichte erlebt und haben dann immer gedacht, ja, was würden wir echt machen, was würdest du machen, was würde ich machen, haben uns dann so verständigt, was gar nicht so einfach ist, denn man muss die Entscheidungen quasi, genau, jetzt wird es gleich lustig, und zwar man muss die Entscheidungen in einer gewissen Zeit treffen, das heißt, man kann sich nicht so gut absprechen, wie zum Beispiel in Everlasting Summer, man kann nämlich auch einfach gar keine Entscheidungen treffen, man kann einfach gar nichts machen und ich glaube, eines der ersten Sachen, die wir gemacht haben aus Spaß, ist quasi, den Autisten ranzumachen und zwar einfach nie was sagen, nie irgendwelche Entscheidungen treffen, einfach alle überall die Zeit ablaufen lassen und das ist, es ist so witzig, und zwar, man spielt einen Jungen und dieser Junge hat mehrere Mädchen und alle Mädchen, also viele Mädchen interessieren sich für einen und das ist einfach so absurd, wenn der Junge nie irgendwas antwortet, immer so, so alles, alles, was er gefragt wird und alle Mädchen streiten sich um den und der immer nur so, das ist so komisch, das ist so absurd, was dann passiert, wenn man es einfach nur durchlaufen lässt, das Spiel ist, das Spiel ist auch so witzig bei manchen Sachen, so, danach, nachdem wir diesen Autisten Run gemacht haben, haben wir dann geguckt, so, was hätten wir selber gemacht, was machen wir da, was machen wir da, so, mit welchen Mädchen machen wir eine Freundschaft, was machen wir wo und wir sind dann auch ganz gut durchgekommen mit den Entscheidungen und am Ende hatten wir das sogenannte Pudding-Ende. Beim Pudding-Ende sitzt man einfach nur mit quasi einer guten Freundin, mit der man dann zusammen ist, sitzt man einfach bei ihr zu Hause und isst einfach Pudding und es passiert nichts weiter und das war unser Ende und dann haben wir uns angeguckt, was es sonst noch für Enden gibt und das Zeug ist richtig hart, es gibt Enden, da sterben mehrere Leute, es gibt Enden, da bringen die sich gegenseitig um, es gibt Enden, da beenden die sich selbst und so weiter, manche Mädchen und es gibt irgendwie ein Ende, da ist man dann mit einem Mädchen zusammen, das hat dann nichts Besseres zu tun, als einen die ganze Zeit wie so eine Art Pimp an andere Mädchen zu verkuppeln. Das heißt, es gibt so, so degenerierte, so abgedrehte, so Psycho-Ende dabei und was kriegen wir? Wir kriegen das Pudding-Ende, wo Pudding gegessen wird. Das war schon richtig witzig. Außerdem haben wir dann auch geguckt, dass wir so spezielle Enden dann provozieren und das ist gar nicht so einfach. So, wie drücke ich das aus? Wenn man so ein richtiger Visual Novel-Spieler ist, dann geht man ja her und versucht alle Enden zu kriegen, ohne eine Lösung zu benutzen. Und das kann ich mir bei dem Spiel nicht vorstellen, denn manche Sachen sind so abstrakt, wir haben uns dann erstens so einen Lösungsbaum angeguckt, dann haben wir uns eine Komplettlösung durchgelesen, dann haben wir immer noch nicht alles gekriegt, was wir haben wollten, dann haben wir uns quasi im Wiki alles durchgelesen, denn zu dem Spiel gibt es zum Glück ein Wiki. Ohne das, wir wären verloren gewesen. Da kann man dann einfach nur noch alles sich aufschreiben, was passiert kann und dann alles durchprobieren. Und bis man das alles durchprobiert hat, man guckt ja währenddessen die ganze Zeit quasi ein Anime. Das hätte Jahre gedauert bei uns. Also ich kann solche extremen Real-Novel-Spiele einfach nicht nachvollziehen. Dass man dann vielleicht sich ein, zwei Enden anguckt von so einem Spiel, was man mag, das kann ich verstehen, aber alle und alle selber rausfinden. Das halte ich bei School Days für komplett unmöglich. Aber es war richtig lustig, dazu zu gucken, besonders wenn es dann richtig degeneriert zur Sache geht. Also das war schon, das hatte schon eine andere Komik und wir halt mit dem Pudding Ende. Und es ist was passiert. Und zwar wollte, und zwar hat das Nasentier, hat was nachgeguckt. Ja, ich erzähle das Nasentier, ob du möchtest oder nicht. Und zwar das Nasentier hat was nachgeguckt und hat dann gesehen, dass es wohl eine erotische Szene, nennen wir es mal, gibt mit einem ganz bestimmten Mädchen an einem ganz bestimmten Ort. Und hat dann in School Days, im Videospiel, versucht das zu provozieren, dass das kommt. Und alles Mögliche durchgeraten. Da eine andere Entscheidung, da eine andere Entscheidung, da eine andere Entscheidung, da eine andere Entscheidung. bis sich irgendwann herausgestellt hat, dass diese Szene, die das Nasentier im Spiel haben wollte, gar nicht aus dem Spiel stammt, sondern von einem Anime zu dem Spiel. Das heißt, es gibt halt dieses Spiel, was quasi ein Anime zu mitspielen ist. Es gibt aber noch einen klassischen Anime, auch noch in diesem Universum. Und in diesem Anime passieren andere Sachen als in dem Spiel. Und die Nase hat halt ein Screenshot gesehen, also ein Still in dem Fall, aus dem Anime, welcher nicht im Spiel zu erreichen ist, hat trotzdem versucht, das zu erreichen. Das fand ich sehr komisch. Das fand ich sehr, sehr witzig. So, weiter geht es dann im Frühling. Genau. Und zwar ist ja das halt die große Entwicklung jetzt unserer Zeit. Und zwar KIs. Und zwar gab es dann im Frühling die erste Version von DAL-E. Und mit DAL-E haben wir dann auch Unsinn gemacht. Und zwar hat sich das Nasentier UMP45 aus Gold's Frontline zeichnen lassen mit einem Sombrero. Das sah damals so aus. Nur im Vergleich, wenn man heute DAL-E3 mit dem gleichen Prompt füttert, sieht das so aus, wie ich das hier einblende. Das heißt, die KI hat einen unglaublichen Entwicklungssprung gemacht in der Zeit. Das ist wirklich, wirklich richtig krass. Obwohl, das hier ist ja eigentlich nicht UMP45 mit einem Sombrero, sondern das ist das Gewehr, dessen Namen ich hier einblenden muss, das mexikanische da. Übrigens habe ich dann auch ein bisschen damit Shit gepostet. Und zwar, was hatte ich gemacht? Ich hatte gemacht, Helmut Kohl kommt nicht mehr vom Baum runter und habe das auf eBodymongo gepostet. Und ich glaube, das hatte fast 1000 Aufrufe oder so. Relativ krass und ich sehe gerade, dass der Codec überlastet ist angeblich von OBS. Ja, mein Rechner wird alt. So, und getrunken. Weiter geht's. Und zwar, ich bin ja ein großer Fan von Sprocket und ich habe mal so geguckt bei Twitch, wer streamt denn Sprocket? Und dann sehe ich auf einmal das Projekt Whisky Sprocket streamen. Und zwar nicht Mr. Whisky, also Tobi, sondern Project Whisky. Das ist ja diese taktische Niederländerin, VTuber, Streamerin, keine Ahnung, wie er uns das nennt. ist auf Twitter relativ bekannt. Und dann habe ich dazu geguckt und dann habe ich gesehen, also die Gute hatte dann mit der Panzerstellung auch so ein paar Probleme und anstatt ihr mit der Panzergestaltung zu helfen und ihr Sachen zu erklären, hat der Stream die ganze Zeit immer nur Memes gepostet. Immer nur Memes und Phrasen, Memes und Phrasen. Der ganze Chat bestand aus Memes und Phrasen und ich so einer der einzigen dabei, der dann ihr helfen wollte. Irgendwann kam sie dann wirklich nicht mehr weiter an der Stelle und dann musste ich wirklich so viermal reinschreiben, wie das geht. Also ich hätte, normalerweise habe ich immer alles einmal reingeschrieben und ansonsten dann nichts mehr gesagt, aber sie hatte dann im Stream gefragt, Leute, wie geht das? Leute, wie geht das? Und ich musste es sechsmal reinschreiben, bis sie es einmal lesen konnte und deswegen ist das auch so eine Sache von mir. Ich gucke eigentlich keine großen Streamer, weil mit denen kannst du halt nicht mehr interagieren. Ich weiß, man kann mit denen interagieren, wenn man denen Geld gibt, aber Leuten Geld zu geben, damit man ihnen dann das Spiel erklären darf, das fand ich dann auch ein bisschen vom ökonomischen Aspekt her nicht so ganz. War allerdings witzig, der Stream. Leider habe ich, glaube ich, hat sie das danach nie wieder gespielt, weil Sprocket ist ja auch nicht sonderlich lang. Genau, dann habe ich irgendwann alle vier Bücher von Max Popemka zusammengekriegt. Popjenka. Max Popjenka ist eigentlich die richtige Aussprache. Also Aussprache, ist gerade nicht so gut. Und zwar hat er ja vier Bücher geschrieben, unter anderem, was war das? Sturmgewehr, Pistole, Maschinengewehr. Das vierte fällt mir nicht ein. Ich habe allerdings mittlerweile, ach, Maschinenpistole. Sturmgewehr, Maschinenpistole, Pistole, Maschinengewehr. Und ich habe jetzt alle vier und ich bin richtig glücklich, dass ich das geschafft habe. Ich habe auch gar nicht so viel Geld dafür ausgegeben. Ich glaube, die waren nur für mich so 30 bis 40 das Stück. Ich habe die relativ gut gekriegt in Antiquariaten. Fand ich schon richtig cool. So, dann kommt wieder leider was Trauriges. Und zwar leider ist ja Jacket Lions 3 rausgekommen. Und ich habe es bis heute nicht geschafft, die Zeit zu finden, Jacket Lions 3 zu spielen, weil ich hatte in der letzten Zeit, also ich hatte da im Frühling 2023 leider überhaupt nicht die Zeit, Jacket Lions 3 zu spielen. Dann wieder ein komplett neues Spiel, komplett neu lernen. Und ihr wisst ja, leider liegt halt mein eigenes Let's Play jetzt im Spiel komplett auf Heide und muss auch mal weitergeführt werden, dringend. Von da habe ich das, ich habe das gekauft, ich habe es leider nicht gespielt. Ah, das nächste, was wir dann haben, ist, das Nasentier hat sich eine neue Kamera geholt und zwar eine Sony Alpha 7 ohne weitere Buchstaben. Also die ganz normale Sony Alpha 7, die erste, die rausgekommen ist. Wird super warm, das Ding. Allerdings ist es auch relativ cool und zwar haben wir uns dazu dann auch die Adapter geholt, um meine ganzen alten Linsen drauf benutzen zu können. Wir sind allerdings nicht dazu gekommen, irgendwas Großes damit zu fotografieren. Da gab es leider dann keine Gelegenheiten. Wir wollten erst in den Wuppertaler Zoo, dann ging das allerdings doch nicht. Ist immer ein bisschen schwierig. Aber Sony Alpha 7 kommt dann wahrscheinlich demnächst auch noch ein bisschen was zu, denn die Nase hat gesagt, dass ich mir die auch mal ausleihen kann. Genau, dann mechanische Tastatur, das war dann der nächste große Grind und zwar habe ich mir ja hier selber die mechanische Tastatur zusammengestellt. Da habe ich dann auch relativ viele Shorts zu gemacht und ich glaube, auf YouTube ist einer von den Shorts richtig abgegangen. Ich glaube, die haben alle nur so 300, so 100 bis 300 Aufruf und eins davon auf einmal 1000. Das fand ich dann auch ein bisschen komisch, warum dann das auf einmal 1000 hat. Ich weiß auch gar nicht auswendig, welches das war. So, dann habe ich im Frühling nochmal versucht, Bonsais anzupflanzen, denn leider sind mir die Bonsais von 2022 sind leider alle gestorben. Auch die Olive, der es ja sehr gut ging, die auch relativ hoch gewachsen ist und gerade dabei war, ihren Stamm zu verholzen, ist leider auch gestorben. Das fand ich dann ein bisschen sehr traurig. Das war sehr schade und es gab auch noch eine Felsenkiefer, die ist was geworden, allerdings ist die dann auch leider verstorben. Und dann, ich hatte noch Samen übrig aus 2022, dann 2023, habe ich die auch wieder alle eingepflanzt. Allerdings ist da nur eine einzige Felsenkiefer rausgekommen. Also zum Stand der Aufnahme dieses Videos, die Felsenkiefer lebt noch. Ich werde mal gucken, ob ich die nächstes Mal bei Twitter poste. Oder, ne, bei Instagram poste. So, das nächste, was im Frühling war, war die Kirschblüte und da bin ich diesmal hingegangen und zwar mit der Leica R3 von meinem Großvater. Die Bilder sind auch relativ cool geworden, allerdings bin ich bei der Leica R3 eigentlich auch eher der Meinung, dass man die eigentlich nicht braucht. Sie ist deutlich schwerer, sie ist ein bisschen komisch von der Mechanik her eigentlich kann ich jetzt verstehen, warum Leute sagen, dass nur die M-Leicas echte Leicas sind und die R-Leicas nicht. Die R-Leica, da war ich wirklich relativ enttäuscht von, was die Kamera angeht. Die Bilder allerdings sind relativ gut geworden, die finde ich relativ hübsch auch. Die hatte ich dann aufgenommen, ich glaube, ich habe ja zwei Objektive gekriegt von meinem Großvater, einmal einen 50mm, einmal einen 35mm. Das 50mm ist kaputt, das hat einen Pilz und das 35mm, da funktioniert die Blende nicht richtig. Das ist auch richtig komisch, da musste ich dann die Blende immer selber einstellen, aber die R3 hat eine Abblendtaste, damit kann man dann das Objektiv quasi dazu zwingen abzublenden. Das habe ich allerdings erst recht spät gemerkt, deswegen waren auch die ersten paar Bilder überbelichtet. Allerdings ansonsten war das ganz witzig. Ach okay, dann geht es weiter wieder mit Anime, ist diesmal themengeordnet. Diesmal ist das Video ja nicht themengeordnet, sondern halt quasi zeitgeordnet. Und zwar hatte ich, als ich quasi YouTube entdeckt habe, das war so 2009 noch, das ist relativ lange her, gab es einige erste Folgen von Animes, die einfach hochgeladen wurden und davon gab es dann auch Fansubs, also Fansynchronisation, also keine Parodien, sondern Ernst-Synchronisation. Und das sah irgendwie so aus, ein Junge liegt im Bett, auf einmal liegt dann ein Mädchen auf ihm mit richtig dicken Möpsen, die hatten ein Halsband und von diesem Halsband hängt ihr eine Kette runter durch den Möpsen durch. Das fand ich damals so komisch und degeneriert. Ich wollte es mir eigentlich komplett angeguckt haben, habe es dann aber nicht gemacht, weil ich dann noch ein bisschen Zweifel hatte. Damals war, also 2009, war meine Einstellung gegenüber Animes noch so ein bisschen sehr negativ, auch weil es damals sehr, sehr komische, also damals war die Fanbase von Animes so 2009, war ein bisschen sehr merkwürdig, nennen wir es mal so. und ich habe mich dann letztens, also ich habe mich dann zu der Zeit an den Anime erinnert und habe dann gedacht, vielleicht gibt es den gar nicht und ich habe dann gefragt, alles was ich wusste, war diese Kette, die zwischen den Möpsen durchhängt. Mehr wusste ich nicht davon. Habe dann gefragt, habe dann auch Seaman gefragt und Seaman kannte nicht und wenn Seaman irgendwas Degeneriertes nicht kennt, dann gibt es das eigentlich nicht. Und dann bin ich aber, ich weiß nicht durch was, irgendwie habe ich dann nochmal Animes durchgeguckt oder so und habe dann diesen Anime tatsächlich gefunden und den gibt es. Ich muss den Titel hier einblenden, den habe ich mir nicht gemerkt. Der ist auch richtig komisch. Dabei ist auch nur die erste Folge richtig degeneriert, die nächsten Folgen sind dann eigentlich eher belanglos und das ist halt dieser Edgy-Kram. So viele Andeutungen, nichts passiert ist als dieser typische Anime-Edgy-Kram halt. So, ich merke, ich wiederhole mich. So, dann gehen wir rüber zum Sommer 2023. Das erste, was ich gemacht habe, ich habe mir ein Objektiv selber gebaut und zwar habe ich gesehen, ich glaube noch ein paar Jahre davor, also der Plan, den gab es länger, die Ausführung gab es dann erst 2023 und zwar habe ich bei AliExpress einfach Linsen gefunden. Einfach nur ganz normal Linse ohne irgendwas dabei. Habe mir dann einfach diese Linse für 2 Euro bestellt, die kam dann auch an und dann habe ich gedacht, ja, wie mache ich denn da jetzt ein Objektiv drauf? Wie mache ich denn da jetzt ein richtiges Objektiv draus? Ich brauche nur ein Rohr. Dann bin ich einfach in den Baumarkt gegangen und habe gesehen, dass die Rohre, die es da gab und zwar so graue Kabelrohre, die haben genau den Innendurchmess, also das Kaliber, wie diese Linse Außendurchmessung. Ich so, ja, sofort baue ich da was zu. Habe dann gebastelt, gebastelt, gebastelt und am Ende hatte ich dann aus dem Rohr einen Makroadapter, ein bisschen Schaumgummi und dieser Linse in ein eigenes Objektiv gebaut und bin dann damit raus und habe dann damit mit meiner Canon 10D mit der alten fotografiert und manche Bilder davon sind halt richtig gut geworden. Nur hatte ich das Problem, dass ich nicht abblenden konnte. Und zwar musste ich dann jedes Mal, wenn ich halt abblenden wollte, weil halt das Licht zu stark war, musste ich einfach meine Finger halt vor das Objektiv tun und so ein bisschen die Finger zusammen und auseinander, um so ein bisschen abzublenden. Dabei sind viele Bilder allerdings relativ orange-stichig geworden. Das ist halt das Licht, was von meinen orangenen Fingern runter reflektiert. Denn anders ging das nicht. Dann habe ich das Objektiv auch verbessert, dann hat das eine Blende gekriegt, dann habe ich bei AliExpress irgendwann auch nochmal eine Anastigmatlinse gefunden und habe die dann auch in ein Objektiv eingebaut und habe dafür so eine eigene Blendscheibe gebaut. Allerdings nicht mit einem Loch, sondern mit drei Löchern. Diese drei Löcher sorgen dafür, dass halt das Bokeh ein bisschen anders aussieht. Und jetzt ist Tarkov wieder gesprungen. Okay, A-Aufnahme läuft noch. Und das Bokeh hat jetzt nicht für jeden Lichtpunkt einen Ball, sondern hat für jeden Lichtpunkt drei Bälle. Und das sieht auf manchen Bildern richtig witzig aus. Das war so ein bisschen auch so ein Highlight davon. Und mein selbstgebautes Objektiv ist dann auch bei Reddit relativ gut angekommen. Und manche Bilder sind auch richtig scharf geworden. Beziehungsweise nicht scharf, sondern sie haben eine hohe Auflösung. Zum Beispiel hier dieses Vogelbild. Da kann man ja das Bein von dem Vogel erkennen. Und das spricht für eine sehr hohe Auflösung, dass man dieses Bein erkennen kann. Allerdings haben die meisten Bilder einen relativ schlechten Kontrast leider. So, weiter geht es. Genau, das Hobby für das Jahr 2023 waren Ameisen. Und zwar, ich weiß, das passt nicht wirklich zu mir. Allerdings damals als Jugendlicher wollte ich unbedingt so eine Ameisenfarm haben. Und hatte mich damals damit beschäftigt. Damals hatte ich allerdings keine Zeit dazu, habe das gelassen und ich habe auch keine Ameisen gefunden. Ich glaube, ich war ein bisschen spät dran oder so. Denn so eine Ameisenfarm sieht ja so aus. Man geht ja nicht her und kauft sich eine Ameise einfach im Internet, welche dann als lebendes Tier zu einem geschickt wird. Das macht man ja nicht. Das ist ja ein bisschen komisch. Also zumindestens ich finde das ein bisschen seltsam. Sondern man sucht sich draußen eine Ameise. Dazu präpariert man vorher so ein paar Reagenzgläser und guckt dann, ob man Ameisen sieht. Das habe ich gemacht. Ich habe mir Reagenzgläser einfach von AliExpress bestellt für 1 Euro, 3 Stück oder so. Habe die dann mit so Watte und Wasser, damit die Ameise was zu trinken hat, präpariert und habe dann geguckt, so sehe ich Ameisen. Bin dann so keine sehe, dann soll ich halt keine haben. Also dann mache ich das halt nicht. Dann kam es allerdings dazu, dass ich diese Röhrchen in so einer Cargo-Pants hatte. Also in so einer Cargo-Hose hatte ich die Hunde in der Tasche. Und dann ist meine Familie aus Gründen, die ich hier nicht erwähnen soll, zu einem Autohaus gegangen und da habe ich dann gewartet und habe dann so vor dem Autohaus gewartet und sehe auf einmal eine Ameise, eine große. Gucke die an und gehe so die Merkmale in meinem Kopf durch. Ist das wirklich eine Ameise? Ja, es ist eine Ameise. Ist die wirklich so groß, damit es eine Königin ist? Ja, es ist so groß, dass es eine Königin ist. Hat die keine Flügel mehr, dass sie befruchtet ist? Ja, die hat keine Flügel mehr, muss also befruchtet sein. Ich also das Tierchen da gefangen und in eins meiner Röhren gesteckt und habe gesagt, okay, bevor die hier vorne beim Autohaus einfach plattgetreten wird vom Nächsten, der da durchlatscht, also ja wirklich so vor der Tür vom Autohaus, wirklich auf dem Asphalt, keine Ahnung, was die da gemacht hat, habe die gefangen und habe die dann quasi in eine Schublade gelegt, dunkel und eine Woche gewartet, so wie man das macht. Habe dann nach einer Woche geguckt und habe gesehen, okay, die hat wirklich Eier gelegt und dann habe ich mir überlegt, okay, was machst du jetzt? Setzt du die aus oder holst du dir wirklich dann noch so ein Formicarium, nennt man das ja als Ameisenfreund? Habe dann wirklich geguckt, okay, Formicarium, auch nicht so teuer, habe dann auch ein gutes geholt und habe die dann quasi da reingesetzt. Das Formicarium hat sich allerdings in der Post verspäht, als ich das hatte, als ich das vorbereitet hatte mit Sand und so weiter und dann nach meiner Ameise geguckt habe, waren halt die Arbeiterinnen von der schon geschlüpft, das heißt, ich hatte schon eine Ameisenkönigin und wirklich schon so kleine Ameisen dabei, habe die dann, habe dann das Reagenzröhrchen ganz schnell präpariert, so dass es drumrum so eine rote Folie hatte, denn Ameisen können kein Blau sehen und deswegen denken sie, wenn sie unter einem Rotfilter sind, sie sind im Dunkeln. Ich hoffe, das war jetzt richtig beschrieben von den Farben her, ansonsten habe ich mich hier als Fotograf so ein bisschen blamiert, aber Nasentier sagt es richtig, ich soll mich allerdings kurz fassen und habe die dann in ihrem abgeschirmten Reagenzglas dann in das Formicarium gelegt, allerdings sind die bis heute noch nicht umgezogen, das heißt, die leben bis heute immer noch in dem Röhrchen und nicht in dieser typischen Ameisenfarmwand, also die haben bis jetzt hatten die noch keinen Bock umzuziehen. Erst waren die wirklich sehr, sehr aktiv, haben sich das Ganze angeguckt und so weiter, allerdings sind sie mittlerweile wahrscheinlich im Winterschlaf, Winterruhe und so weiter, mittlerweile machen die nichts, da geht nur noch eine Arbeiterin, geht glaube ich einmal am Tag raus, um Trinken zu holen, aber allerdings Ameisen auch relativ spannendes Hobby. Ah genau, das nächste, was ich gemacht habe, auch im Sommer 2023, ich habe aus so Holzresten ein paar Vogelhäuser gebaut und zwar hatte ich mir gedacht, ja, ich mag ja Vögel und so weiter und ich habe sowieso nichts anderes zu tun, beziehungsweise, ich möchte ja auch immer so ein bisschen was mit meinen Händen machen, nur alles digital zu machen, das finde ich nicht so gut und deswegen habe ich immer so ein bisschen Bastelprojekte und da habe ich Vogelhäuser gebaut und zwar zwei Stück und zwar einmal eins für Rotkehlchen, einmal eins für Meisen und die hängen dann, also die hängen dann in dem Garten von meiner Schwester und da sind tatsächlich, sind da Vögel eingezogen, leider nicht in das Rotkehlchenhaus, da ist keiner drin, aber in das Meisenhaus, da sind wirklich Meisen hergegangen, ich habe diese Vogelkäfige, ich habe diese Vogelhäuser dann später aufgemacht und die haben da wirklich, am Anfang war das komplett leer innen und die haben da wirklich ein riesiges Nest reingemacht, mindestens, ich glaube, so fünf Zentimeter hoch irgendwelches Moos und Haare und so weiter und haben dann wirklich drin gebrütet und als ich dann wirklich im Garten gesessen habe und die dann auch drin waren, ich habe natürlich nicht reingeguckt, während die dann auch gebrütet haben, um Gottes Willen, sondern die sind da erst rein und raus und ich habe mir das angeguckt, aber ich war so glücklich auch, dass sie wirklich mein Haus da angenommen haben, dann wirklich Blaumais und dann rein und raus und rein und raus und wieder eine Raub im Mund und wieder irgendeinen Käfer im Mund und rein und raus, habe ich da den ganzen Nachmittag zugeguckt, fand ich relativ faszinierend und im Herbst habe ich das dann allerdings erst aufgemacht und erst dann habe ich gesehen, dass wir wirklich ein richtig dickes Nest reingebaut haben. So, wieder da, kleiner Aufnahmetest muss dann auch zwischendurch noch sein, wenn ich schon hier nicht stoppe, wenn ich die Jahreszeiten ändere. Ja, ich bin, ja, das Nasensutier ist ein wenig knatschig deswegen. So, weiter geht es. Genau, ich habe ein japanisches Buch bekommen und zwar den Weltalmanach über Kleinwaffen, ich weiß nicht genau, das müsste die ungefähre Überletzung sein, das ist ein japanisches Buch über halt alle Waffen der Welt von Masami Tokoi, den ich manchmal einfach Masami Tokio nenne, er heißt nicht so, er heißt Tokoi, mein Fehler, den ich immer wieder oft habe, das habe ich endlich geholt, das habe ich zwar schon für 70 Euro relativ lange gesehen beim Antiquariat, ich habe es mir dann aber nicht geholt, weil mir 70 Euro dann doch für ein Buch, was ich eigentlich nicht lesen kann, größtenteils, denn ich kann ja Kana und Katakana, allerdings kann ich kein Japanisch, also ich kann die Sprache nicht, ich kann nur die zwei einfachen Alphabete und einige Kanji, war mir das zu teuer, das wurde dann allerdings runtergesetzt auf 50 Euro, dann habe ich das geholt und dann habe ich das zu Hause aufgemacht und habe gesehen, da sind die Original, da ist der Originalbriefverkehr drin, zwischen Masami Tokoi und Karl R. Pavlis. Karl R. Pavlis ist ja der, der die Waffenrevue rausgegeben hat, das heißt diese kleinen Waffenhefte und da sind wirklich der Briefverkehr von den beiden Waffenexperten drin, auf Deutsch sogar noch, das fand ich richtig cool, ich weiß nicht, ob ich den rechtlich veröffentlichen darf und ich gehe deswegen davon aus, das ist wahrscheinlich das einzige Exemplar dieses Waffenbuches, welches sich in Deutschland befindet und auch wahrscheinlich das Waffenbuch, was Masami Tokoi dann später an Karl R. Pavlis gesendet hat, als Dankeschön, dass er quasi Werbung und Vorwort für dieses Buch geschrieben hat. Auch richtig cool, ist wahrscheinlich das wertvollste Buch, was ich habe. Sehr cool. Dann geht es weiter, zügig, genau, und zwar mit Sushi-Reis und zwar 2022 hatte ich ja so eine Fuhre Sushi-Reis von Lidl, die richtig, richtig geil geschmeckt hat. Das war der geilste Sushi-Reis, den ich bis dahin erkannte und dieses Mal gab es dann 2023 wieder Sushi-Reis und ich habe diesmal nicht direkt eine Palette geholt, sondern ich habe den erst probiert, weil meine Familie das so wollte, die hat gesagt, naja, hol dir jetzt nicht eine ganze Palette, es steht nur rum, wir haben keinen Platz in der Küche etc., sondern haben erst mal vier Packungen geholt und ich mache mir die erste Packung, freue mich und der Reis schmeckt gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, auf einmal schmeckte der Reis plötzlich nicht mehr von Lidl. Die haben wahrscheinlich irgendwie einen anderen Hersteller, eine andere Charge oder irgendwie schmeckt vielleicht Reis, Reis auch von Jahr zu Jahr, vielleicht schmeckt Reis ist ja auch von Jahr zu Jahr anders, also der hat gar nicht geschmeckt. Also der hat irgendwie ganz normal nach Jasmin-Reis geschmeckt. Ich habe ihn dann trotzdem gegessen, das ist natürlich viel zu schade, aber das fand ich ein bisschen schade dann. Als nächstes war dann, genau, Be Placed, genau, Be Placed war richtig witzig dieses Jahr. Ich habe einfach nur richtig das Kippfenster abgefeiert. Das Kippfenster in der deutschen Flagge, das fand ich richtig witzig. Das Nasentier dagegen hat rumgetrollt und zwar in einer Ecke haben Leute versucht, also haben das auch relativ gut geschafft und zwar das Musikvideo von Bad Apple zu animieren und das Nasentier hat immer in diesem Musikvideo quasi in dieser Leinwand davon immer den gleichen Pixel, ich glaube, der hatte auch eine glatte Zahl, immer den gleichen Pixel rot gefärbt und auch heute noch sieht man manchmal auf Twitter, dass dieses Video gezeigt wird. Also auf der einen Seite die Kanadier, die ihr Ahornblatt nicht richtig hinkriegen und auf der anderen Seite halt die Animation von Bad Apple, was ja schon ein krasser Kontrast ist. Kanada, also ein ganzes Land kriegt seine Flagge nicht richtig hin und auf der anderen Seite sind irgendwelche Anime-Fans die ein perfektes Musikvideo animieren und in dieses Musikvideo hat wie gesagt das Nasentier immer einen so roten Pixel reingepflanscht. Den kann man auch heute noch sehen, relativ witzig. Und dann wie gesagt auch so Bernd das Brot mit dem Unendlichkeitshandschuh, also die deutsche Flagge war richtig, richtig cool dieses Jahr. So, das nächste, was wir haben, genau, ich hatte Probleme mit meinen Festplatten und zwar ich habe mir zwei neue große Festplatten geholt, allerdings geben diese großen Festplatten so ein richtig, richtig ekelhaftes Summen von sich. Das ist richtig schlimm. Ich habe ja hier zwei Seagate-Festplatten mit jeweils einem Terabyte drin in dem Rechner und dann hatte ich mir sogar, ich glaube sogar vier, zwei, vier Terabyte-Festplatten geholt und die suchen so übel gemein, dass man die nicht zum Videoaufnehmen benutzen kann. Das Suchen stört mich auch beim privaten Spielen und so weiter. Richtig ärgerlich. Die mussten dann umziehen. Das heißt, ich musste dann meine alten Festplatten wieder in den Rechner reinbauen, habe jetzt aber diese zwei dicken Festplatten, die sind jetzt in so einem Festplatten-Gehäuse drin von IC-Box, das geht einigermaßen. Die sind in dem IC-Box-Gehäuse zwar vom Surren noch schlimmer, als wenn sie im Gehäuse eingebaut sind, also wenn sie im Rechner eingebaut sind, allerdings sind sie auch nicht immer an, von da ist es halb so schlimm. So, nächster Anime, der hier draufsteht, die Nase hat mich gezwungen, Onimai zu gucken, natürlich nur, weil sie Gender Studies studiert und nicht, weil sie das selber gucken möchte, obwohl ich fand ihn gar nicht so schlimm, den Anime. Und zwar lustigerweise habe ich während der Anime losgeht, habe ich halt gegessen und dann erst später gesehen, wie es weitergeht. Und ich habe gesagt, ja, okay, das ist jetzt ein Cutesy-Anime, ein Cutesy-Mädchen, das halt in die Pubertät kommt, alles ist relativ cutesy, das hatte auch diese schönen, weichen Pastellfarben. Ich mag das bei Animes, wenn die diese weichen Pastellfarben haben. Das erste, was ich zusammen mit dem Nasentier geguckt habe, ich glaube 2017, das war Ero Manga Sensei, das hat ja auch diesen Look und ich mag halt diesen blasse Farben-Look auch durch die Fotografie und habe dann erst mal bei Onimai dieses Mal jetzt gar nicht verstanden, worum es geht und was der Witz ist. Der Witz ist nämlich, dass halt ein Junge, also ein junger Erwachsener quasi in ein kleines Mädchen verwandelt wird über Nacht. Das ist natürlich auch fett Hashtag Transagenda, wo ich dann auch richtig witzig fand. Ich fand die Reaktion auf den Anime auch so witzig. Ich habe mir dann auch durchgeguckt, was die Leute bei Twitter darüber schreiben und die einen so, boah, hier, Transpropaganda, dies, das und die anderen so, oh, niedlich, cool, möchte ich auch. War schon cool, also war schon witzig, dass ich das dann auch erst so spät gemerkt habe, worum es dann eigentlich geht. So, okay, es geht weiter dann mit dem Herbst 2023 und zwar haben wir auch dieses Jahr Sachen angebaut. Es gab wieder Fettkürbisse nochmal und diesmal gab es Fettmöhren und zwar dunkellila Möhren. Die waren auch richtig lecker und zwar haben wir die einmal gemacht in Möhrensalat, allerdings die meisten davon habe ich einfach so weggeschnabelt, also gegessen, also wegschnabeln ist in der Schnabelsprache sowas wie Essen. Einfach so ein Pott von Möhren, immer mal wieder so eine Möhre essen, ist ja auch gesund, gut für die Augen und so weiter und ich habe mich halt richtig gefreut, dass wir auch was angepflanzt haben, was dann auch wirklich was geworden ist, also zwei gute Ernten in Folge, das war schon halt richtig cool. So, das nächste, genau, nachdem ich die Vogelwohnhäuser gebaut hatte, habe ich auch noch ein Vogelfutterhaus gebaut. Das ist halt so ein Futterhaus, das hängt dann auch im Garten und so weiter, da können sich dann die Vögel Futter holen, da habe ich so Futter reingetan und so weiter, das ist auch richtig gut geworden. Übrigens die Vogelhäuser, die Anleitungen findet ihr bei der NABU, ich weiß nicht, vor was NABU steht, ich wollte jetzt cool klingen und sagen, für was das steht, ich weiß es allerdings nicht mehr und dann habe ich auch ein Futterhaus gebaut und meine Schwester hat ein kleines Mausetierchen dabei erwischt, wie es hoch wollte zum Futter und wie dieses Mausetierchen hier von der Stange abrutscht. Ich muss meine Schwester noch fragen, ob ich das Video hier zeigen darf, was müsste eigentlich klar gehen, auch richtig nie diese Maus, die versucht auf dieses Vogelhaus da drauf zu kommen, richtig putzig. So, dann danach wieder was Unerfreuliches und zwar ist mir mein Rechner abgestürzt, also mein ganzes System ist kaputt gegangen, allerdings nicht durch ein Virus, sondern durch OneDrive, durch Microsoft OneDrive und zwar Microsoft OneDrive ist durcheinander gekommen durch die Speicherungen von Algedu und zwar Algedu hat einen richtig langen Dateinamen, für seine Speicherungen und dadurch und darauf ist dann OneDrive nicht klar gekommen. Irgendwann, ich weiß nicht, ob damit deswegen oder unabhängig davon, OneDrive war irgendwann voll, hat dann meinem System signalisiert, dass die C-Festplatte komplett voll sei und so ein System, wenn die C-Festplatte komplett voll ist, du kannst nichts mehr machen, du kannst nichts mehr speichern, wenn C voll ist, du kannst auf dem Desktop kannst du nichts mehr ändern, du kannst viele Programme kannst du nicht mehr benutzen, das System funktioniert auch so halb, da musste ich das schöne System einfach komplett neu aufsetzen, nur wegen OneDrive, das war sehr, sehr ärgerlich, ich war mitten in der Produktion von irgendwelchen wichtigen Videos und musste auch noch ein paar wichtige Sachen für die Arbeit machen und weg war das System. Und mein Rechner ist ja ein bisschen komisch, und zwar mein Rechner, wenn man hergeht und ein neues Windows 10 2H22 installiert, dann läuft der Rechner nur mit 2,5 Gigahertz und alles läuft ziemlich langsam. Wenn man allerdings ein altes Windows 10 2004, also nicht von 2004, Windows 10 ist noch ein bisschen neuer, sondern ein Windows 10 mit der Versionsnummer 2004 installiert, dann läuft der Rechner korrekt die ganze Zeit mit 4 Gigahertz und es läuft alles problemlos und wenn sich dieses Windows dann selber auch in ein 2H22 verwandelt, also upgedatet wird, dann bleibt das auch so, dann ist der immer noch 4 Gigahertz. Allerdings ein neues 2H22 mag der Rechner nicht und ich dann richtig schnell hergegangen und das Nasentier gefragt, nämlich und das Nasentier haben quasi den gleichen PC, obwohl das Nasentier auch noch einen anderen PC hat, der noch ein bisschen neuer ist, aber es führt zu weit. Dann habe ich das Nasentier gefragt, ob ich eins von ihren Systemen haben kann, ob ich das Ganze mal schnell mir rüberschicken kann als System ISO, also als Backup-System und seitdem verwende ich einfach ein System vom Nasentier, was einfach, wo der Benutzer einfach Warmi-Schnabel heißt, benannt nach einem meiner Stofftiere. Richtig witzig. So, aber irgendwann habe ich das hingekriegt, dann hatte ich irgendwie, genau, dann habe ich beim Aufräumen alte Pokémon-Karten gefunden und dann habe ich bei der nächsten Schnabel- Lagerung haben wir dann Pokémon-Karten gespielt, mussten uns erstmal die Regeln aus dem Internet suchen und so weiter und haben dabei festgestellt, das Pokémon-Karten-Spiel ist eigentlich gar nicht so geil, denn das Pokémon-Karten-Spiel ist nicht wirklich eindeutig mit den Regeln, es ist nicht gut balanciert und so weiter und es macht auch keinen Spaß, das heißt, wir haben die Pokémon-Karten aus meiner Kindheit dann auch wieder wegverstaut und da hat stattdessen über Magic-Karten gespielt, das ging dann ein bisschen besser. Übrigens, beim Pokémon-Karten-Spiel war das auch so, das habe ich als Kind, glaube ich, nur ein, zwei Mal gespielt, denn ich war ja auf einer Hauptschule und die Hauptschüler haben nicht verstanden, wie man das Pokémon-Karten-Spiel richtig spielt, die haben das immer nur so gesammelt und einer aus meiner Klasse hat sich wie der Allergeilste gefühlt, als er irgendwann mal, nicht einen Glurak, sondern einen Simsala, der hatte einen Simsala, das fand er richtig geil und irgendjemand, einer aus meiner Hauptschule, der zu viel Geld hatte, also beziehungsweise dessen Eltern zu viel Geld hatten, der hat dem dann diesen Simsala für 100 Mark abgekauft, also richtig komische Geschichte. So, als nächstes haben wir Way of the Hunter, also das Spiel, das finde ich ja richtig cool, das habe ich ja auch angespielt in Videos, ich finde das richtig gut und ich finde, das kann auch locker mit Corso White mithalten, es hat noch nicht so viel Content, allerdings dadurch, dass man eine echte Tierpopulation hat, ist es schon relativ cool und man hat auch echte Waffen und es gab auch, ich glaube vor ein paar Tagen erst, gab es auch drei neue Zielfernrohe, die ich auch noch ausprobieren möchte, allerdings das große Problem bei dem Spiel ist ja, dass es auf meinem eigenen PC nur in den allerniedrigsten Einstellungen läuft und ich es dann nicht aufnehmen kann, das heißt, ich kann es privat spielen, ich kann es allerdings nicht aufnehmen, allerdings nächste Schnabelagung oder nächster Zugang zum Schnabel-PC wird nicht so lange dauern, dann werde ich mir unbedingt die drei neuen Zielvisiere angucken und ich werde mir auch dann endlich das 308 Gewehr mal angucken, da warte ich nämlich schon sehr, sehr lange drauf. So, als nächstes habe ich dann den Port von Perfect Dark auf PC und zwar Perfect Dark, das alte Nintendo 64 Spiel, habe ich ja auch einige Videos auf meinem Kanal und ein Let's Play, was nicht weitergeführt wird, ja leider, ich werde es wahrscheinlich dann mit dem Port weiterführen und zwar Perfect Dark gibt es jetzt für PC, so dass es sofort auf dem PC läuft und es läuft richtig, richtig gut, es läuft richtig flüssig, Aim ist gar kein Problem und ja, ich habe ein paar Videos gemacht und man kann auch quasi mit einem Makro auf einer Maus auch wirklich dafür sorgen, dass man dann richtig Dauerfeuer hat und zwar dadurch, dass man auf dem N64 ja den Z-Trigger hat, den man nur so und so schnell drücken kann physisch, haben die meisten Waffen keine Beschränkung, also die meisten Pistolen haben keine Beschränkung, wie schnell man sie abfeuern kann, weil man das auf dem N64 mit der Z-Taste sowieso nicht richtig machen kann und wenn man hergeht und sich einen Makro erstellt, der ganz schnell einfach die erste Maus ausdrückt, dann gehen die Pistolen im Spiel richtig krass ab, ich kann es ja hier einmal einblenden. So, das nächste, was ich geholt hatte, genau, ist wieder eine Jacke, ich bin also ein kleiner Jacken-Fanatiker, war ein N3B-Parker von AliExpress, das ist so ein richtiger Polarparker, den fand ich auch richtig cool, der hat auch nicht so viel gekostet, der war auch nur 60 Euro und vor allen Dingen ist der kürzer, der europäische echte N3B, der geht ja einem Europäer bis zum Knie, da allerdings bei AliExpress meistens mit chinesischen, also asiatischen Größen gerechnet wird, ist der da deutlich kürzer und der geht mir so bis zum Oberschenkel, das heißt der stört nicht ganz so stark, wenn man im Auto sitzt oder so, den fand ich auch richtig cool, auch mit dem richtig pluschigen Fellkragen, das fand nämlich das Nasentier cool, der hat sich den dann nämlich auch sofort geholt, allerdings in schwarz, ich habe ihn in grün und zwar, wenn man sich Originale holt und zwar von der US-Armee in surplus, also in Überschussproduktion oder gebrauchte, dann ist meistens der Fellkragen, der ist nicht mehr pluschig genug und der ist richtig pluschig von dem Ding, so, dann sehe ich hier, ich habe nur noch neun Minuten und dann gehen wir in den Winter 2023 in der nächsten Einstellung. So, hoffentlich letzter Abschnitt, es geht in den Winter 2023, ich bin relativ kaputt schon und die Miso-Suppe ist alle und ich habe mich eben noch richtig erschreckt, denn die letzte Datei war sehr klein und normalerweise spricht sowas immer für einen Aufnahmeabbruch, das war aber nicht der Fall, das kam durch den Sicherheitscut, da habe ich mich umsonst erschreckt. So, es geht weiter mit dem Winter 2023 und zwar hatte ich dann, ich hatte ja im letzten Jahr davor so ein relativ großes Interesse für die russische Kultur, wollte dann die russische Sprache lernen, weil ich ja schon das Alphabet kenne und da habe ich mir dann 2023 im Anfang Winter gedacht, ich kann ja auch das arabische Alphabet, wieso sollte ich nicht mal Arabisch lernen, habe mir dann schon überlegt, so, welche Bücher überhole ich, wen bitte ich eventuell um Hilfe und so weiter und was passiert danach? Ja, der siebte. Ja, wir wissen alle, was am siebten passiert ist und das war natürlich auch wieder ein ziemlich harter Schock für mich, auch die ganzen Videos zu sehen davon. Die ersten Videos davon waren ja schon relativ heftig und was noch dazu kam, und zwar ein paar Wochen vorher hatte ich mir wieder ein bisschen Antisemitika gelesen, also alte antisemitische Sachen von um 1900, wo halt der absolute Quatsch über Juden drin stand, sowas wie, ja, in dieser polnischen Stadt haben Juden wirklich ein christliches Kind getötet und sich danach seine Haut als Mantel angezogen, so richtig, richtiger Unsinn, so keiner würde heutzutage noch sowas glauben und dann war ich danach teilweise auf Social Media mit den Behauptungen über den siebten konfrontiert und habe gedacht, ach du Kacke, der ganze Müll ist wieder da, das hat mich dann wirklich ein bisschen fertig gemacht, ich habe dann auch wegen der, wegen des Combat Fudges und so weiter, welcher veröffentlicht wurde vom siebten, dann auch erstmal überhaupt keine Shooter mehr gespielt und so weiter, also nochmal genau das gleiche wie bei der Ukraine, nur nochmal deutlich heftiger und das hat halt dazu geführt, dass ich erstmal einen Monat quasi mit dem Nasentier nur Sims gespielt habe, nur Sims 1, Sims 1 auch ein Spiel von meiner Kindheit, fand ich auch richtig cool, das mal wieder zu spielen, dann einfach eine Familie haben, keine Gewalt und so weiter, einfach nur eine Familie planen, obwohl wir das meistens ein bisschen seltsam spielen und zwar, wir machen uns eine Familie mit acht Leuten, das heißt ganze Familie voll, alle erwachsen, wir starten ohne Geld komplett und ziehen dann wirklich auf ein Grundstück und geben dann das ganze Geld für Bäume aus und verkaufen die Bäume wieder, denn für verkaufte, denn für verkaufte Bäume kriegt man kein Geld, so dass sie pleite sind, dann Jobs suchen und dann von Anfang an von null hocharbeiten und dabei hatten wir dann eine alte Diskussion, ja welche Jobs sind denn so ziemlich die besten in Sims und das Nasentier war mal wieder das Nasentier und hat dann in Google Docs eine Tabelle aufgemacht mit allen Jobs, mit allen Beförderungen, wie viel Geld man da verdient, denn man verdient nicht nur Geld durch den Job, sondern manche Jobs haben auch Zufallsereignisse, so dass man Charakterpunkte kriegt, Charakterpunkte abgezogen bekommt, Geld kriegt, Geld abgezogen bekommt, hat alles durchgerechnet und ist dann darauf gekommen, dass dann die Chance für diese Zufallsereignisse immer eins zu zehn sind, das heißt jeder an jedem zehnten Tag passiert als dieses Ereignis und es passiert was, dann nochmal umgerechnet mit dem Grundlohn, mit den Stunden, die man hat und so weiter, eine richtig komplizierte Tabelle und ist dann drauf gekommen, dass der Softwarefirmaleiter, ich glaube der Software CEO ist es im Englischen, kriegt das meiste Geld, denn dieser hat wirklich eine Chance von eins zu zehn für ein Ereignis, dass man, ich glaube, 30.000 SIM-Dollar oder Simoleons oder einfach Geld bekommt und damit verdient man das meiste Geld und damit waren wir dann in, ich glaube, so drei Tage haben wir gespielt, die Familie, die alle diesen Job hatten, okay, Nase berichtigt gerade, es ist eine Chance von nicht eins zu zehn, sondern eins zu acht, komischerweise nicht eins zu sieben, weswegen man nicht wirklich mit Wochen rechnen kann, die Chance ist eins zu acht und dann hat man wirklich eine Familie, die wirklich vollkommen legal, ohne irgendwelche Sachen, mit einem ganz normalen Job einfach zwei Millionen hatte in wenigen Spieltagen, das war wirklich ziemlich krass, obwohl ich weiß natürlich, am schnellsten Geld verdient man dadurch, dass man seine Familie die ganze Zeit Gartenzwerge herstellen lässt oder mit der blauen Couch und zwar gibt es in Sims 1 eine Couch, welche man für so und so viel Geld kauft, dann wartet man einen Tag und dann kann man die für mehr Geld verkaufen und das heißt, man baut sich dann die ganze Zeit ein Grundstück voll mit der blauen Couch, verkauft die, kauft dann mehr blaue Couch und so weiter, das ist, glaube ich, die schnellste Methode Geld zu verdienen, allerdings normale Jobs machen spieltechnisch halt mehr Spaß, als die ganze Zeit nur Couchen zu kaufen, verkaufen. Das Gameplay von Couchen ist nicht so ganz so gut und auch das Gartenzwerge-Schnitzen-Gameplay ist sehr, sehr langweilig, wie ich finde. Vielleicht, wenn er Bock drauf hat, mache ich da auch irgendwann ein Video zu. Sims 1 funktioniert nämlich auf Windows 10 ohne Probleme. Spielt man dann im Fenster, aber ohne Probleme Windows 10 einfach Sims 1 geht. Sehr, sehr praktisch. Wir haben übrigens auch ein bisschen rumgespielt mit virtuellen Maschinen, das heißt einfach mit Emulatoren für Windows XP und Windows ME. Da funktioniert auch einiges. Wir hatten auch geplant, ein Halloween-Special zu machen, zu einem bestimmten Spiel. Das musste allerdings aus gesundheitlichen Gründen meinerseits ausfallen. So, das nächste, was wir hatten. Genau, die Twitter Community Notes. Oh, die liebe ich. Die sind so witzig, diese Community Notes bei Twitter. Ich habe dann bei Twitter, als ich dann mich wieder so ein bisschen fit gefühlt habe, habe ich dann auch wieder Twitter angemacht und habe dann leider auch so ein paar Kanäle löschen müssen, die dann wirklich richtig komisches Zeug zum siebten dann gepostet haben. Allerdings diese Community Notes, sie sind richtig witzig. Den allergeilsten finde ich noch nicht mal die Katze. Also die Nase ist der Meinung, dass dieser Post hier der witzigste ist und zwar der kleine Junge, der vor dem Felsendom angeblich einen Hund streichelt und unten ist korrigiert, dass es das eine Katze ist. Das fand ich schon komisch. Aber das Beste fand ich einen Post, da war drauf so ein komischer Blog zu sehen in der Fabrik und da stand drauf, ich werde nie wieder Hühnchen essen, überlegt euch, ob ihr Hühnchen esst oder so. Und dann war die Community Note darunter, das ist kein Hühnerfleisch, das ist aus eurer Gummibandfabrik. Ey, ich habe mich so kaputt gelacht, das fand ich mehrere Tage witzig. Die Nase musste nur Gummiband sagen und ich musste lachen. Ja, das hat dann relativ gut getan, auch wieder lachen zu können nach dem siebten, der relativ heftig war. So, des Weiteren ist dann zu Halloween, da wollte ich dann auch ein Halloween Special zu machen, bin ich allerdings nicht so gekommen, weil ich dann krank geworden bin. Und zwar KeeperFX 1.0 ist rausgekommen, und zwar Dungeon Keeper. Dungeon Keeper ist auch eines meiner Kindheitsspieler. Das habe ich damals auf meinem 166 Megahertz PC noch gespielt. Nein, ich bin nicht alt, meine Familie ist einfach nur arm gewesen damals, deswegen nur 166 Megahertz. So, weiter zu KeeperFX. KeeperFX funktioniert richtig gut und kam dann auch mit einem Workshop. Das heißt, auf der Seite haben die einen eigenen Workshop. Da habe ich dann sofort auf Betreiben des Nasentiers unseren Unlock-Mod hochgeladen. Und dann habe ich auch, dann gab es auch einen neuen Karteneditor dazu, der nicht so schwierig ist wie der alte. Ja, angeblich. Ich habe dann eine Karte gemacht und wollte dann dafür dann auch ein Script machen. Man muss ja skripten, wann kommen die Helden, wann wird man angegriffen, wann kommen welche Truppen und so weiter, die dann angreifen, wann passiert was, wann kriegt man welche Räume und so weiter. Und das muss man wirklich selber programmieren. In einer quasi eigenen Programmiersprache habe ich mich also hingesetzt. Mir ging es zu der Zeit sowieso nicht so gut, dass ich hätte Videos machen können und habe dann ganz still diese Programmiersprache da gelernt und habe das auch geschafft, das zu programmieren und habe dann relativ erfolgreich halt zwei Maps da reingetan. Und ich weiß nicht genau, wie die heißen. Das eine ist Overworld at Home. Das ist so ein bisschen eine Stronghold-Parodie. Und das war genau Under Village. Und zwar sollte Under Village so funktionieren, dass man sich so fühlt, als würde man sich als Keeper unter einem Dorf hergraben. Das heißt, da gibt es dann den Keller von der Kirche, den Keller von der Gastwirtschaft, dann so Zwergenminen und so weiter. Das sollte sich so ein bisschen so anfühlen. Denn als Kind habe ich gedacht, dass die Räume, die man bei Dungeon Keeper findet, unterirdisch, dass das quasi die Keller sind von der Welt über einem. Das wird ja dann später, in den späteren Leveln von Dungeon Keeper nicht mehr verfolgt. Also von den Original-Leveln, das fand ich ein bisschen schade und habe deswegen mein eigenes gemacht. Dann habe ich irgendwann, zufällig, bin ich dann einfach, also mir war langweilig und ich war nicht fit genug für Videos. Dann gehe ich manchmal so, guck mal, was bei TikTok so geht, guck mal, was auf YouTube so geht. Und wenn da nichts ist, dann gucke ich manchmal auf Twitch. Und bei Twitch habe ich dann so geguckt, okay, streamt denn jemand Dungeon Keeper? Ich so geguckt, ja, zwei Leute streamen Dungeon Keeper. Habe so geguckt, ja, welchen gucke ich denn jetzt? Hat mich dann relativ spontan für einen entschieden. Habe dann zugeguckt, wie der spielt und der hat die ganz normale Kampagne gespielt. Und ich gucke so und merke so, ey, der spielt die normale Kampagne, der hat aber Helden. Der hat nur Helden. Was ist hier verkehrt? Spielt der zufällig meine Unlock-Mod? Ich so, also in Chat, da waren nicht viele Leute unterwegs. Ich so gefragt, ja, hallo? Und der meint so, ja, hallo? Und dann hat er meinen Namen gesagt. Schön, dass du da bist. Ich so, hä, wie, wie? Ich bin hier relativ spontan rein. Wie kann der mich erwarten quasi? Und dann habe ich gefragt, spielst du hier zufällig, ich war alles auf Englisch, spielst du zufällig meine Unlock-Mod? Und der so, ja, ja, finde ich cool. Und ich so, boah, geil. Also ich hab, also es gibt einen Streamer, der quasi meinen Namen kennt, dadurch, dass ich so ein paar Sachen hochgeladen habe, der mich quasi im Stream erwartet, quasi, und der meine Sachen spielt. Und da sagt er noch, ja, ich hab gestern deine Karte gespielt, die du gemacht hast, fand ich sehr cool. Es gab allerdings einen Bug. Und ich so, boah, geil. Das fand ich auch ein richtig geiles Gefühl, dass jemand, dass so ein Streamer, den ich eigentlich nicht kenne, dann meine Sachen spielt. Das fand ich richtig cool. Hab dann auch relativ schnell gefollowed und so weiter. Ich weiß nicht, wie man Leute bei Twitch abonniert. Jetzt hätte ich das auch gemacht. Da muss ich mich auch mal drum kümmern. Und dann hab ich dazu geguckt, wie er da halt meinen Mod gespielt. Das fand ich richtig cool. Er hat auch die Karte, die ich gemacht habe vorher gespielt. Und er hat vorher auch noch diese Spaß-Mod gespielt. Und zwar mein Unlock-Mod. Wer die kennt, der weiß, die hat ja verschiedene Versionen. Also welche mit Helden, welche mit Helden und Monstern, welche nur mit Monstern, welche nur mit Untoten. Und welche nur mit Cutie-Monstern, die das Nasentee gebaut hat. Und es gibt eine Spaß-Version davon. Die Spaß-Version davon, das ist die Vivo-Kampagne. Das ist eine Anspielung auf Vivo, welcher ja relativ viele Off-Brand-Sachen geguckt hat, wo man nur Tentakeln bekommt. Man bekommt dann nur Tentakeln. Das war einfach ein Witz, um mich so ein bisschen über Vivo lustig zu machen. Und dieser Streamer hat tatsächlich die komplette Dungeon-Keeper-Kampagne an zwei Tagen nur mit Tentakeln durchgespielt und das sogar noch geschafft. Tentakeln sind normalerweise relativ schlechte Dungeon-Keeper, muss man wissen. Obwohl, Nase sagt es gerade, das sind die verbesserten Tentakeln. Die verbesserten Tentakeln, die das Nasentee irgendwann mal verbessert hat, die können wieder auferstehen. Die kommen immer wieder wie so eine Hydra. Deswegen war das wahrscheinlich auch möglich. So, das war das. Genau. Das nächste Highlight im Winter war dann Pokémon Snap. Und zwar hatte ich erzählt, ich hatte ja Pokémon Snap, ich glaube, entweder habe ich mir das von meiner Schwester gewünscht oder ich habe das meiner Schwester geschenkt. Ich weiß es nicht mehr genau. Seitdem spielen wir das immer wieder zusammen. Und irgendwann ging es dann immer weiter, immer weiter, immer weiter. Irgendwann ging es nicht mehr weiter. Ich bin auf dem Landtier-Meeresgrund, glaube ich, nicht weitergekommen, haben, weil ich nicht gesehen habe, dass man sich irgendwann zu einer Richtung drehen muss, damit man in die Tiefsee kommt. Das habe ich lange nicht gesehen. Und dann habe ich das gesehen, dann habe ich das gespielt und dann kam irgendwann auch diese quasi Pokémon Snap hat quasi auch immer so Bosskämpfe drin. Diese Bosskämpfe bestehen darin, dass man ein Pokémon hat, welches man normalerweise nicht richtig fotografieren kann, wenn man es nicht vorher mit Äpfeln oder diesen komischen Leuchtkugeln da bewirft. Und dann kam dieser Bosskampf gegen diese vielen Fische, die zu einem großen Fisch werden. Und ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich immer wieder Leuchtkugeln drauf, Äpfel drauf, Leuchtkugeln drauf, Äpfel drauf. Und am Ende kriege ich dann meine Fotos präsentiert. Und von diesen, glaube ich, 30 Fotos, die ich von diesem Fischschwarm und dem dicken Fisch gemacht habe, war nur ein einziges Foto gültig. Und das war irgendwie so ein Stück Bauch, wo man nichts erkennen kann, außer so einem runden Ding. Das fand ich so witzig. Und nur wegen dieses kleinen Bauchfotos durfte ich dann weiter. Das fand ich cool. Denn wir haben meistens nicht so super viel Zeit, das zu spielen. Und dann trotzdem weiterzukommen mit so einem komischen Bauchfoto. Das war witzig. So, weiter geht es dann. Nach Pokémon Snap. Genau, mit den Flederschlappis. Und zwar habe ich mir auf AliExpress zwei Hausschuhe geholt. Und zwar die Flederschlappis. Die findet das Nasensicht auch super niedlich. Das sind so zwei Hausschuhe. Die sehen so aus wie niedliche Fledermäuse. Das war relativ witzig. So. Dann geht es weiter. Genau. Kanoshu Mokanoshu, den Anime, den ich ja bereits erwähnt hatte, ist dann irgendwann im zweiten Teil weitergegangen. Den habe ich dann aber komplett verpasst. Den haben wir komplett verpasst, weil ich dann auch schlecht geschlafen habe. Da musste ich dann immer so schnell wie möglich ins Bett, weil ich auch mit der Arbeit und so weiter. Da konnte ich dann keine Animes gucken. Und als das dann wieder besser war mit der Arbeit und so weiter und der Schlaffolge, also im Schlafrhythmus, dann haben wir uns irgendwie jeden Tag immer so eine Folge davon reingezogen. Es ist, dieses Binge-Watchen ist nicht so mein Fall. In meinem Fall ist das eher, dass man dann jede Woche kommt eine neue Folge, da freut man sich drauf, freut sich, wenn der Tag ist. Und dann kann man dann eine Folge gucken, anstatt dass man jeden Tag dann eine Folge guckt. Obwohl Binge-Watchen, sagt das Nasensicht gerade, ist auch nochmal ein bisschen was anderes. Und bei Binge-Watchen ist es eigentlich, wenn man hergeht und an einem Tag mindestens fünf Folgen guckt oder so, dass man dann wirklich eine Serie wirklich durchrattert. Alter, bin ich überhaupt nicht der Fan von. Habe ich, glaube ich, auch nicht die Ruhe zu. Ich habe, glaube ich, gerade mal die Ruhe dafür, einen Film in Ruhe zu Ende zu gucken. Das ist bei mir kein Problem. Und Lesen ist bei mir auch kein Problem. Allerdings dann eine Serie oder irgendwas gucken. Ich bin auch leider manchmal bei vielen Streams wirklich super unaufmerksam. Und mir wirklich dann, also die Streams von dem Dungeon-Keeper-Streamer, übrigens sein Name ist The Rise of Doofy, möchte ich ja auch hier nicht unerwähnt lassen, werde ich auch wahrscheinlich verlinken. Er macht zwar Videos auf Englisch, er ist aber, glaube ich, Deutsch oder mindestens Holländisch. Übrigens, ja, fällt mir gerade ein, ich springe hier von Thema zu Thema. Man kann jetzt Keeper FX auch auf anderen Sprachen spielen. Erstmal habe ich das auf Französisch gespielt oder Französisch. Ich habe mich kaputt gelacht. Ich kann nicht mehr. Alter, wie die sprechen. Ich weiß, es ist ein bisschen gemein, sich darüber lustig zu machen, aber ich glaube, über Franzosen darf man noch Witze machen, ohne dass man rassistisch ist. Dann habe ich das gespielt auf Japanisch. Ich kann ja Katakana lesen. Und die ganzen Monsternamen sind alle auf Katakana. Das heißt, wenn man einen Geist hat, dann hat er nicht das Kanti für Geist, was ich ja in meiner Serie mal erklärt habe, sondern dann heißt er einfach Ghostu. Also von Ghost. Einfach Ghostu. Und so, ich fand die ganzen Umschreibungen super witzig. Und dann habe ich es auf Holländisch gestellt. Alter, ich konnte nicht mehr. Anstatt Dungeon-Herz, Hart von der Kerker. Oder anstatt deine Monster, Jevaisons. Oder anstatt undurchdringlicher Fels, Hardrox. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr, Alter. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Ach, Dungeon-Kieber auf Niederländisch. Ich habe ja immer als Kind Urlaub, also mein Urlaub meistens in den Niederlanden verbracht. Und da habe ich dann auch immer Kinderseelen geguckt, die dann synchronisiert wurden. Alter, ich fand so witzig. Dungeon-Kieber auf Niederländisch. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Und das steht hier zwar nicht drauf, aber das müsste noch reinpassen. Und zwar habe ich ein sehr langes Video gesehen mit der Auflösung über die Power Ranger. Die Power Ranger waren ja quasi auch meine Kindheit. Und die Power Ranger, die funktionieren ja so, okay, das Nasenspiel versucht schon mich abzuwürgen. Und zwar Power Ranger ist ja so, die ganzen Kampfszenen, die stammen ja aus dem japanischen Original, aus Super Sentai, ich glaube Staffel 7 schon oder so. Und die ganzen Spielszenen mit den amerikanischen Schauspielern wurden nachgedreht. Das ist so witzig. Da war so ein Video, wo das alles aufgeschlüsselt wurde. Ja, ich konnte auch nicht mehr. So, weiter geht es dann. Dann haben wir durch Combat Greyhound, Grüße an der Stelle, dann auch die Image Creator KI von Bing entdeckt. Und das Nasentier hat sofort die ganze Zeit da irgendeinen Unsinn mitgemacht und hat sich die ganze Zeit selber zeichnen lassen. Als Schnabeltier, als niedliches Schnabeltier, als Opossum, als Gürteltier, als Pinguin und nicht als Ente nochmal als Schnabeltier. Die sind so viel besser geworden. Das habe ich ja schon am Anfang erwähnt. Am Anfang sah ja noch UMP 45 mit so einem Brero, sah ja am Anfang relativ aus wie ein Unfall und mittlerweile sieht es ja jetzt richtig gut aus. Und auch die ganzen Bilder davon, richtig nice. Ach genau, das erste, was wir versucht haben, was ich versucht habe, war nicht direkt mit der Creator KI, sondern mit dieser Chat KI. Habe ich der Chat KI gesagt, sie soll bitte ein Schnabeltier auf einem Panzer malen. Diese Schnabeltiere auf dem Panzer hatten allerdings alle Zigaretten oder Zigarren im Mund. Dann habe ich der KI geschrieben, das ist falsch, Schnabeltiere rauchen nicht. Und die KI hat sowas geantwortet wie, du hast recht, Schnabeltiere sind sehr gesunde Tiere. Sie ernähren sich lediglich von... und rauchen nicht. Ich fand das so witzig. Und dann hat die KI aber wieder Schnabeltiere gezeichnet mit Zigaretten im Mund. Da hatte ich mit der KI wirklich ein Gespräch darüber. Also eine Diskussion, ob Schnabeltiere denn rauchen oder nicht. Ich fand es ultra witzig. Ah, weiter geht es dann mit Verschlusssysteme von Feuerwaffen Ergänzungsband 2. Das ist ein neues Buch, was rausgekommen ist. Und zwar hatte ich ja so ein bisschen Bedenken, als ich Izonzu gespielt habe, Anfang des Jahres, wie denn die Glisenti-Pistole richtig funktioniert. Und ob das wirklich jetzt ein direkter Gasfluglader ist, ein Masseverschluss oder ein Rückstoßlader. Und da habe ich das alles berechnet, habe das alles durchgerechnet, habe mir das angeguckt und so weiter. Mein Schweizer Taschenkumpel hatte dann auch wirklich eine echte Glisenti in die Pfoten bekommen und hat mir davon auch Bilder geschickt. Die durfte ich zwar dann nicht zeigen, aber ich konnte sie relativ gut analysieren. Habe das Ganze analysiert und mit meinen Analysen war ich wirklich richtig. Und zwar die Glisenti M1910 ist wirklich ein verriegelter Rückstoßlader. Allerdings einer, welcher schon extrem früh entriegelt beim Rücklauf. Und das fand ich richtig cool, dass ich da recht habe. Das fand ich richtig toll. Deswegen auch Ergänzungswand 2 absolut zu empfehlen. Sind auch andere interessante Sachen drin. Ich habe noch nicht alles gelesen. Da sind noch Sachen drin von Kerali, die ich auch sehr interessant fand. So, weiter geht's. Dann kam genau Gates of Hell Liberation DLC. Fand ich richtig, richtig witzig. Habe ich auch Videos so gemacht. Finde ich ein relativ gutes. Ich hätte mir zwar eigentlich selber die Japaner gewünscht als neue Fraktion. Die Amerikaner sind eigentlich auch cool. Und wir haben letztens sogar noch dann endlich den Maschinenkarabiner 42H im Spiel gefunden. Und zwar muss man mit der mittleren Wehrmacht eine spezielle Doktrin nehmen. Dann muss man sich ganz unten aus den Doktrineneinheiten, muss man sich einen französischen Panzer auswählen. Und auf diesem französischen Panzer sitzen dann vier Wehrmachtsoldaten drauf. Und zwei davon haben dann den Maschinenkarabiner 42H. Ah, das fand ich richtig witzig, dass der so komisch versteckt ist. Also die Verteilung von Handfeuerwaffen muss noch deutlich überarbeitet werden in Gates of Hell. Danach haben wir dann zusammen mit dem Nasentier und dem Nasenbruder dann auch Gates of Hell in der dynamischen Kampagne für uns selber gespielt. Und das große Problem dabei ist allerdings, dass die Sherman-Panzer, die sind so hoch, die werden die ganze Zeit von den kleineren Wehrmachtspanzern getroffen als erstes. Und die haben auch das Problem, die frühen Versionen von den Sherman-Panzern haben keine panzerbrechende Sprengmunition. Die haben nur normale panzerbrechende Munition. Am Anfang der Kampagne sorgt diese normale panzerbrechende Munition dafür, dass man einfach nur die Besatzungen der deutschen Panzer tötet und dann die deutschen Panzer einfach behalten kann. Das sind dann quasi so eine Art Gelddruckmaschinen. Und allerdings irgendwann reicht das nicht mehr. Denn dann sieht das meistens so aus. Zwei Panzer treffen sich. Der amerikanische Panzer schießt. Tötet irgendwie beim Wehrmachtspanzer irgendwie nur den Fahrer oder den Ladeschützen oder so. Dann schießt der Wehrmachtspanzer zurück und der Sherman explodiert einfach. Um das zu verhindern, muss man dann immer die späten Versionen der Shermans nehmen. Denn nur die späten Versionen der Shermans, die haben dann wirklich panzerbrechende Sprengmunition. Das heißt, die Munition, die dann wirklich in den Wehrmachtspanzer einschlägt und dann sofort explodiert. Damit der Wehrmachtspanzer sofort kampfundfähig ist. Man kann die dann nicht mehr klauen leider. Aber es ist besser. Und dann muss die Sherman-Panzer die ganze Zeit eingraben. Man muss sie in der Verteidigung, muss man sie immer eingraben. Ansonsten werden sie viel zu schnell getroffen. Und was bei den Amerikanern einfach richtig krass ist, ist die 75 mm M1A1 auf M3A3-Lafette. Das ist eine kleine Packartillerie. Also es ist eine kleine, eher zusammenpackbare Artillerie. Es ist also keine Pack, keine Panzerabwehrkanone. Und diese ist sehr früh verfügbar. Und die hat sehr früh schon Hohlladungsgeschossen. Und die kann einfach alles abschließen. Bis auf Tiger und Panther kannst du damit alles von der Wehrmacht abschließen. Das ist wirklich so übel, das Ding. Das Ding ist klein, das Ding ist leicht, das Ding ist schnell, das Ding kostet nichts. Und wenn du damit, ähm, und wenn du davon jeweils vier Stück an jedem Verteidigungspunkt stehen hast, dann machen die einfach alles fertig. Das große Problem bei den Dingern ist, die haben nur acht Hohlladungsgeschosse dabei. Das heißt, man muss mit dem Munitionstrakt die ganze Zeit rumfahren und die Dinger aufrischen. Ansonsten sind die Dinger super und wirklich so OP in dem Spiel noch. So, das Weitere. Ach ja, Silvester kommt dann. Silvester haben wir dann relativ in Ruhe gefeiert. Und zwar einfach drinnen. Dann habe ich auch endlich mal meine ganzen Kameras aufgebaut und habe Fotos gemacht. Ich wollte endlich mal wirklich dann auch Langzeitbelichtungen machen von Feuerwerken. Das ist mir relativ gut gelungen. Und zwar habe ich dazu einfach meine Canon 10D benutzt, die ich sonst immer dazu benutze, um Videos zu machen und eher nicht zum Fotografieren. Damit habe ich dann fotografiert. Ich hatte auch das, was ist da drauf? Das ist ein 18 bis 55 mm. Habe das dann auf 55 mm gestellt und dann einfach das Objektiv dann einfach ganz reingedreht und gedacht, ja, ganz rein ist ja immer unendlich. Nein, nicht bei Digitalkameras. Digitalkameras kann man aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich aus Gründen der Präzision bei der Herstellung, kann man hinter unendlich drehen. Das heißt, einige der ersten Schüsse davon, die sind leicht unscharf, aber es sieht auch cool aus, wie ich finde. Und ich hatte es eigentlich vor. Auch so unscharfe Langzeitbelichtungen auf Feuerwerk sehen eigentlich auch immer relativ cool aus. Auch die scharfen Sachen sehen sehr gut aus. Das, was ihr hier seht, ist übrigens nicht eine. Ist übrigens nicht ein Schuss, sondern das sind mehrere Schuss von einer Batterie. Und zwar, ich hatte die Langzeitbelichtungen so eingestellt, dass ich meistens vier bis sechs Sekunden hatte und damit kann man halt eine ganze Batterie ablichten. Es gibt auch einige Bilder, die ich gemacht habe, die einfach viel zu voll sind, wo einfach alles voll mit Feuerwerk ist und man nichts mehr erkennt. Also zu lang sollte man eine Langzeitbelichtung dabei auch nicht machen. Zudem hatte ich noch Videos gemacht durch mein Nachtsichtgerät, was ich habe. Ich habe ja, ich glaube, 2018 oder so, habe ich ein Nachtsichtgerät von Aldi geschenkt bekommen von meiner Familie zum Geburtstag. Und das habe ich endlich mal benutzt, um damit Feuerwerk abzufüllen. Sieht wirklich schon so ein bisschen aus, wirklich wie Kriegsmaterial, allerdings auch nur so ein bisschen. Und genau, die Nase sagt jetzt gerade, die Sendung mit der Mausbrille nicht vergessen. Und zwar haben wir so eine Art Tradition. Und zwar, meine Schwester schenkt mir jeden Dezember einen Adventskalender. Und zwar war das diesmal einer so mit Physik-Sachen. Ich habe mich relativ viel wieder mit Physik beschäftigt und so weiter. Ich habe die ganzen Bücher gekauft, Physik und so weiter, um dann die Waffentechnik besser erklären zu können. Und um hinter einige Rätsel zu kommen. Das hat meine Schwester bemerkt. Und dann habe ich eine Sendung mit der Maus-Physik-Adventskalender bekommen. Und der war auch relativ cool, mit relativ vielen coolen Sachen dabei. Und dabei war so eine Art Brille. Das ist so eine Art Spektralbrille. Ich weiß nicht genau, ich weiß nicht genau, was das für eine Brille ist. Obwohl, die hat so Spektren drin. Und die habe ich genommen und habe die zwischen meinem Handy, also zwischen meinem Handy, also mein altes Samsung S8, also erstes S8, dann die Brille und dann noch die Hülle drauf. Und dann habe ich die Brille festgeklemmt in dem Handy und habe dann mit der Brille Feuerwerk abgefilmt. Und das sah so cool aus teilweise. Das hat mich richtig gefreut. Das war witzig. So, steht hier drin auch, hier steht immer wieder im Manuskript drin, Pünktchen, 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 war witzig. So, dann gibt es noch meinen Geburtstag. Zu meinem Geburtstag haben wir Käsefondue gegessen. Das war auch super lecker. Und leider konnte man das Käsefondue dann auch direkt auf der Waage sehen. War lecker, aber auch relativ fettig. Und ich habe zum Geburtstag bekommen, die Elefanteneben. Die Elefanteneben sind angeblich eine Parodie auf die Kängurukroniken. Die Kängurukroniken, die mochte ich ja relativ gern. Also die neueren Sachen, die finde ich jetzt nicht mehr so cool. Die allerersten Sachen vom Känguru, die waren super. Obwohl das Nasentier auch den Film überhaupt nicht mag. Und zwar, das Nasentier findet, dass im Kängurufilm das Känguru viel zu schmutzig aussieht. Und es wäre viel, viel witziger, wenn das Känguru im Film wirklich sauber und niedlich aussehen würde. So hätte sie sich das auch in den Büchern und Hörbüchern immer vorgestellt, dass das Känguru relativ niedlich ist und dann halt diese absurden Sachen macht. Und dass dann deswegen hoher Kontrast zustande kommt. So, die Elefanteneben sind allerdings, sagen wir das mal skurril. Sehr, sehr skurril. So, dann ist hier nichts weiter drauf. Ja, ansonsten würde ich dann sagen, ich bin relativ kaputt. Das merkt man wahrscheinlich auch an den Versprechern. Das Nasentier wird beim Schnitt wahrscheinlich seine helle Freude haben. Denn ich habe auch nicht richtig drauf geachtet, die immer so zu korrigieren, dass man die gut rausschneiden kann. Das finde ich passt nicht zu dem Video. Ja, dann würde ich sagen, dann geht hier halt auch schon die Sonne unter. Und dann würde ich mich für dieses Jahresendvideo dann verabschieden. Ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr dann nicht verpasse, eins zu machen. Und ich hoffe, es war nicht so schlimm, dass das letztes Jahr ausgefallen ist. Ja, dann geht es wie immer fleißig mit meinem Kanal weiter. Ich habe geplant, sehr viel mehr Shorts zu machen und auch mehr Waffen der Klavius zu machen. Und ich möchte dann auch mein Perfect Dark und mein Jacket Alliance Let's Play dann abschließen, obwohl Let's Plays in letzter Zeit auch gar nicht mehr so oft geklickt werden. Und ich werde auch versuchen, auch nochmal spontan World of Guns dann weiterzumachen. Das heißt, das, was eigentlich gewünscht ist. Achso, Nasentier sagt es gerade. Und zwar habe ich bereits, schon vor einer ganzen Weile, habe ich Votes angelegt. Also Google Forms nennen die sich. Das sind Umfragen. Da könnt ihr ein paar Sachen anklicken, so was ihr sehen wollt auf dem Kanal. Also es gibt eins zu spielen. Es gibt eins zu Waffen für World of Guns. Es gibt eins zu Waffen für Call of Duty Modern Warfare 2019. Und ich glaube, das sind die drei. Ja, dann würde ich sagen, dann würde ich mich freuen, falls ihr darin dann fleißig abstimmt. Dann würde ich sagen, vielen Dank für's Zusehen in dieses langen Videos. Ach, Nasentier sagt Hashtag. Ja, ich soll ein Hashtag rausgeben für die Leute, die ganz zu Ende geguckt haben. Ähm, Hashtag, ich habe ganz zu Ende geguckt. Müsste passen, oder? Ja, Nasentier sagt ja. Ja, so, dann bin ich relativ unter Zucker. Ich fange ja schon an zu zittern, weil halt hier in der Miso-Suppe, die ich schon ausgetrunken habe, jetzt nicht wirklich so viel Kohlenhydrate drin sind. Dann würde ich sagen, vielen Dank für's Zusehen und bis zum nächsten Jahresends Video.